Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 195 vom 19. Juni 2020 und an den Mikrofonen begrüßen euch wenn jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, Jurist aus Berlin und mir gegenüber sitzt Philipp Anse, ganz herzlich willkommen, Journalist, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer wöchentlichen Zusammenfassung der Ereignisse hierzulande und in der Welt, wo sie uns denn interessieren und wir sie für relevant halten. Bevor wir aber richtig einsteigen, ihr kennt das ein paar Hausmitteilungen, in dieser Woche ist es eine etwas ausführlichere, weil wir eine neue Webseite haben, das war ja immer so ein bisschen Problem gerade für Pluskunden und Kundinnen und das hatte auch noch so ein paar andere Nachteile, also wir hoffen jetzt, dass das Ganze ein bisschen übersichtlicher und schneller ist, vor allen Dingen das Abonnieren der Plusfeeds, wenn ihr also ein Abo klickt, dann kriegt ihr ja einen normalen Feed, den ihr mit ganz normalen Podcast-Apps hören könnt, eben mit der Datei, die keine Werbung enthält und das zu abonnieren, das Ding, das war bisher kompliziert, ist noch freundlich formuliert, das geht jetzt viel einfacher, wenn ihr euch da einloggt, das kann natürlich hier und da nochmal haken, weil es frische Technik, gerade frisch vom Stamm. Also wir denken, es klappt, aber vielleicht ist ja der ein oder andere von euch so kreativ noch was zu finden, wo es dann doch nicht geht, wenn dem so sein sollte, dann gelungene Überleitung zum nächsten Punkt in den Hausmitteilungen, dann hinterlasst uns doch gerne einen Eintrag in unserem neuen Forum. Wir haben auf ganz viele Hinweise von euch reagiert, dass wir doch mal was tun sollten, um die Kommentarfunktion bei der Lage der Nation zu verbessern und deswegen gibt es jetzt eine Discourse-Instanz für die Nerds, also eine eigene quasi Forenseite unter talk.lagedernation.org. Das heißt also Kommentare bisher nicht mehr mit der Kommentarfunktion von unserem Blog, von WordPress, denn die war doch sehr beschränkt. Jetzt gibt es talk.lagedernation.org, ist natürlich auch verlinkt unter den einzelnen Folgen. Da gibt es drei wesentliche Kategorien, aktuelle Kommentare, wie der Name schon sagt, hier bitte die Themen der Sendung diskutieren. Dann gibt es Themenvorschläge, auch das spricht, denke ich, für sich. Wir freuen uns, wenn ihr uns Themenvorschläge nicht per Twitter oder E-Mail oder sonst was schickt, sondern an einer Stelle bei uns im Forum, denn dann können andere Hörerinnen und Hörer der Lage das schon kommentieren, weitere Links dazu schreiben oder so. Das heißt also, das hilft uns sehr, wenn die Community uns schon so ein bisschen Feedback gibt. Und der dritte Punkt im Forum, Lage-Technik, also Fragen und Vorschläge zur Website, Tipps zu Podcast-Playern, all das gehört in Lage-Technik. Lage Plus hatte ich kurz erwähnt, ist auch neu gemacht. Das Abonnieren ist einfacher. Ihr haltet dort keine Werbung in Plus und ist natürlich auch vor allen Dingen in Corona-Zeiten Support für die Lage. Das findet ihr jetzt alles unter lagedernation.org. Genau, wir hoffen auch, dass die Website schneller ist noch als früher. Die Kommentare jedenfalls sind eigentlich, soweit wir das getestet haben, super fix. Aber wie gesagt, technische Feedback, Tipps, was auch immer, gerne in Lage-Technik. Wir haben das Logo ein bisschen aufgefrischt, also das muss man auch sagen, Markus Angermeyer hat das gemacht, Cosma und Guido Handrik, das sind die beiden, die uns dabei unterstützt haben. Das ist ein bisschen zu wenig. Die haben das gebaut. Die haben das gebaut. Cosma hat das alte Logo gemacht, Cosma hat auch das neue Logo gemacht und das finde ich wesentlich besser, viel frischer und schöner. Also damit sind wir sehr zufrieden. Genau, nach vier Jahren war es eben so ein bisschen Zeit, dass die Lage sich mal so ein bisschen häutet und so ein bisschen professioneller wird. Wir waren ja bisher quasi so Untermieter in Philips Küchenstudio. Ja, genau. Und jetzt ist die Lage quasi groß geworden, hat ihr eigenes Haus in diesem Internet. Du wolltest noch einen kleinen, wie sagt man, kleinen Aufruf starten? Ja, ganz lustig. Also ich bin so ein, muss man ja sagen, ziemlicher Karten-Nerd. Wer mich kennt, weiß das. Bei mir daheim hängen auch eine Reihe Karten aus allen Jahrhunderten an der Wand. Und besonders liebe ich persönlich ja die Open Street Map. Die kennen überraschenderweise relativ wenige Menschen. Die Open Street Map, dem liegt eine großartige Idee zugrunde. Das ist so ein bisschen wie Wikipedia, nur für Karten. Das heißt also, jeder kann da beitragen. Das ist freies Wissen. Und weil es so viele Menschen gibt, die die Open Street Map unterstützen, indem sie zum Beispiel irgendwelche Waldwege eintragen oder Bäume eintragen oder Bänke eintragen oder Tischtennisplatten. Deswegen ist sie unglaublich detailreich. Das sieht man besonders, wenn man in so einer Karten-App mal hin und her schaltet zwischen der Google-Karte, der Apple-Karte und der Open Street Map. Die ist richtig großartig. Da gibt es natürlich auch eine mobil funktionierende Website. Aber es gab jedenfalls vor einigen Jahren keine App, die mir gefallen hat. Deswegen habe ich 2010 mal eine gebaut. Map-Belahm hieß die. Das ist eine App, die eben auf dem iPhone läuft, auf dem iPad und im Wesentlichen die Open Street Map. Sehr schön anzeigt, auch mit Offline-Funktion, wie ich finde. Hatte damals auch einige 10.000 Downloads. Und dann lief die leider nicht mehr, weil sie 32-Bit war und wegen der GFF und meines Jobs hatte ich keine Zeit zum Aktualisieren. So, nun war Pfingsten und ich habe mir mal ein paar Tage freigenommen, die App wieder aufgemöbelt. Wenn ihr mir testen helfen wollt, das war ganz wichtig, bevor man die App wieder in den App-Store stellt, die dann noch ordentlich zu testen, damit die wirklich funktioniert. Wenn ihr testen helfen wollt, dann schreibt eine E-Mail an quasi den Support von dieser Firma, die die formal ins Netz und in den App-Store stellt. KixApps, GmbH heißt die Bude. Und die E-Mail ist apps, also A-P-P-S, apps at kicks-apps.com. Oder ihr könnt auch direkt den Mail-Verteiler abonnieren für TesterInnen. Den Link findet ihr in den Shownotes, den lese ich jetzt mal nicht vor, weil der relativ lang ist. Genau, ich würde mich total freuen, wenn ein paar Leute von euch mitmachen, einfach damit wir die App richtig aufpolieren können, bevor sie im Store dann wieder verfügbar ist. Genau, bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Es kann sein, dass ihr so ein bisschen Baulärm hört. Wir haben hier ringsrum doch einige Aktivitäten am Laufen. Gerade ist es ein bisschen ruhiger, das kann sich aber noch ändern. Wir haben da wenig Einfluss drauf. Also ich weiß nicht, ob man es hört, wenn man es hört, sorry dafür. Werbung. Viele von euch, die nutzen wahrscheinlich Speicherplatz in der Cloud, also OneDrive oder Dropbox oder Google Drive oder irgendeine dieser anderen Dienste. Das ist ja auch alles super praktisch, aber die Daten, eure Daten liegen dort meist im Ausland und dort auch meist unverschlüsselt. Das heißt, jeder, der irgendwie Zugang bekommt, kann diese Daten lesen und für eigene Interessen nutzen. Also Behörden, Hacker, böswillige Hacker und die Cloud-Anbieter natürlich selbst sowieso. Und da kommt Boxcryptor ins Spiel, eine Software aus Süddeutschland. Mit Boxcryptor könnt ihr Daten verschlüsselt in der Cloud speichern. Die Software verschlüsselt eure Daten und Ordner bei OneDrive, Dropbox, Google Drive und zahlreichen anderen weiteren Cloud-Anbietern. Und zwar direkt auf eurem Gerät. So ist der Cloud-Speicher eurer Wahl nicht nur praktisch, sondern auch sicher. Boxcryptor ist in der Basisversion kostenfrei. Mit dieser Basisversion könnt ihr einen Cloud-Dienst auf zwei Endgeräten nutzen. Mit Boxcryptor Personal könnt ihr so viele Cloud-Dienste und Geräte nutzen, wie ihr wollt, für 36 Euro pro Jahr. Boxcryptor eignet sich insbesondere auch für Firmen. Das bedeutet, auch Teams können sicher in der Cloud zusammenarbeiten. Neu ab diesem Sommer ist die Integration in Microsoft Teams. Details über Cloud-Verschlüsselung made in Germany findet ihr unter boxcryptor.com. Firmenkunden schicken für ein Angebot eine Mail an sales at boxcryptor.com, Stichwort Lage der Nation. Und alle die, die Boxcryptor Personal nutzen wollen, also Boxcryptor mit so vielen Cloud-Diensten und Geräten, wie ihr wollt. Für die gibt es ab sofort bis Ende Juli 30 Prozent Rabatt mit dem Stichwort Lage 30 auf boxcryptor.info-lage. Ja, da sind wir wieder bei uns im Pet. Und unser erstes Thema in dieser Woche ist die seit Monaten heiß diskutierte Corona-Warn-App. Stand Freitag morgens, wo wir aufnehmen, ist sie bereits acht Millionen Mal, mehr als acht Millionen Mal runtergeladen worden. Und wir dachten, wir geben euch mal ein kurzes Update über den Stand der Diskussion. Worum geht es bei dieser Corona-Warn-App, Philipp? Ja, also das ist eine App, die man sich installieren kann. Und diese App schaut, welche anderen Apps länger als 15 Minuten in einem Abstand von näher als zwei Meter sich aneinander genähert haben. Das ist im Prinzip die Funktion. Diese App trägt nicht, wo sich einzelne Nutzer befinden. Genau, ja, GPS-mäßig, das findet nicht statt. Genau, das ist so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, ist das so ein bisschen oldschool. Also die Grundidee dahinter ist, zu erkennen, wann zwei Menschen sich eine Weile in der Nähe aufgehalten haben. Und das erkennt man aber nicht, indem man jetzt irgendwie die Namen der Menschen ermittelt oder die Position der Menschen. Man guckt einfach nur, kommen sich zwei App-Installationen auf einem Handy so nah? Und was das natürlich nicht so richtig in den Blick nimmt, ist die neuere Forschung, dass ja diese Aerosole total gefährlich sind. Die Aerosole, die einfach lange sich in der Raumluft weiter aufhalten. Das ist noch, deswegen sage ich es ein bisschen oldschool, das geht noch auf die Tröpfchen ein, die man am Anfang als das Hauptproblem erkannt hatte. Aber auf jeden Fall ist das natürlich weiterhin ein Infektionsweg. Und insofern macht es schon Sinn, auch dieses Näherkommen für 15 Minuten zu erfassen. Wichtig ist noch zu wissen, wie gesagt, trackt nicht die Position. Da gibt es auf Android so ein bisschen Verwirrung, weil viele Android-Handys trotzdem eine Freigabe der Ortsdaten für diese App verlangen. Das liegt aber daran, habe ich mir erklären lassen, dass Android-Handys auch bei Bluetooth-Zugang sagen, man muss die Ortsinformationen freigeben, weil manche Bluetooth-Beacons einfach an einem ganz bestimmten Ort sich aufhalten. Sodass man auch, so ist jedenfalls die Idee, theoretisch an manchen Bluetooth-Beacons erkennen kann, wo sich jemand aufgehalten hat. Das ist so ein bisschen wie bei WLAN. Manche WLAN sind ja auch an einem festen Ort aufgestellt. Deswegen kann man manchmal auch aus der WLAN-ID erkennen, wo sich ein Mensch aufhalten hat. Und die Funktion ist jetzt so, also beispielsweise, wir haben jetzt hier beide die App installiert. Meine App sendet jetzt, wie deine auch, in regelmäßigen Abständen irgendwelche Krypto-Codes aus, die erstmal so nichts aussagen. Die werden aber auf meinem Handy gespeichert und auf deinem Handy gespeichert. Und falls ich mich jetzt testen lassen sollte und positiv getestet werde, dann kriege ich im Idealfall vom Testlabor einen Barcode, kann den einscannen und freiwillig melden der App, ich bin infiziert. Ich habe ein positives Pestergebnis, Pestergebnis, Pest ist es noch nicht, Testergebnis. Und dann werden alle Apps benachrichtigt, von denen ich irgendwelche Codes auf meinem Handy gespeichert habe. Also wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen in die Krypto-Funktion. Aber du würdest dann im Zweifel eine Nachricht kriegen, hey, du hattest in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einem Infizierten, bitte lass dich doch auch mal testen oder geh in Quarantäne. Ganz genau. Und das ist halt ganz wichtig zu wissen, da gibt es jetzt also keine Zwangsmaßnahmen. Es wird jetzt nicht an irgendeine staatliche Corona-Bekämpfungsstelle gemeldet und dann kommt irgendwie die Polizei und klebt eine Haustür zu oder so. Passiert alles nicht, sondern die einzige Funktion ist, dass man eine Warnung bekommt und dann selber in die Lage versetzt wird, sich entsprechend verantwortungsbewusst zu verhalten. Natürlich ist es eine gute Idee, dann nicht mehr unter Menschen zu gehen, wenn man so eine Warnung bekommt. Jedenfalls bis man einen Test hat. Die Grünen waren es, glaube ich, haben deswegen zum Beispiel auch schon gefordert, dass man sich aufgrund einer Warnung dieser App krank melden können muss, weil es natürlich keine gute Idee ist, wenn man irgendwie noch arbeiten gehen muss, bis man dann irgendwann nach zwei, drei Tagen das Teste kommt. Genau. Und man kann die App auch installieren und diese ganzen Funktionen abschalten. Macht da nicht so richtig Sinn. Macht nicht so richtig Sinn, aber das kann man machen freiwillig. Natürlich die Eingabe eines positiven Testergebnisses ist auch freiwillig. Man muss das nicht machen. Und natürlich gibt es trotz dieser ganzen Dinge und auch obwohl die App datenschutzmäßig jetzt wirklich von allen möglichen Leuten durchgetestet worden ist, selbst der CCC warnt nicht vor dieser App. Trotzdem gibt es aber natürlich noch eine ganze Menge Kritik. Also zum einen sagt der Leiter des Gesundheitsamts Reinickendorff, so ein Bezirk hier in Berlin, Spielzeug für die Oberklasse. Genau. Er sagt halt einfach, ja läuft halt nur auf relativ neuen Handys, aber arme Menschen leben zu dicht, gerade arme Menschen sind die, die eben in schwierigen hygienischen Bedingungen leben müssen. Und arbeiten auch müssen. Und arbeiten müssen, deswegen geht das angeblich an der Realität vorbei. Ich weiß nicht so richtig. Klar, also natürlich läuft das nicht auf allen Handys. Man braucht zum Beispiel beim iPhone iOS 13.5. Das ist eine sehr aktuelle iOS-Version. Aber immerhin läuft das ja auf iPhones ab 2005, 10, fünf Jahre alte Geräte. Und also die gibt es inzwischen für ein Fuffi an der Ecke im Handyladen. Das ist jetzt also, kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass das jetzt irgendwie ein Luxusgerät ist. Und ältere iOS-Versionen sollte man eh nicht einsetzen, weil es da vor einigen Wochen mal eine schwere Sicherheitslücke gab. Also wer noch ein älteres iPhone hat, sollte ohnehin ganz unabhängig von Bluetooth und Corona über ein Update machen. Und es ist ja auch nur ein Werkzeug. Ich sehe das ein von dem Bezirk aus Reinigendorf, dass er natürlich da Fälle hat in diesen Milieus, die einfach arm sind, unter schwierigen Bedingungen leben und arbeiten. Die keine Push-Nachricht von der Süddeutschen kriegen, dass jetzt die neue Corona-App für ihr Smartphone da ist. Das mag sein, dass das in diesen Fällen wenig hilft. Aber es gibt halt noch genügend andere Fälle, in denen es helfen kann. Das gilt ja so generell bei dieser App. Also die Frage ist ja immer, eine Kritik, die im Wesentlichen darauf beruht, es kann in dieser und jener Situation nicht helfen, finde ich, ist eigentlich keine Kritik an der App. Das ist allenfalls ein Verbesserungsvorschlag. Denn wie du sagst, Philipp, es gibt ja viele andere Situationen, wo diese App möglicherweise dann doch helfen kann. Eine wichtige Frage in diesem Kontext auch, wie viel Prozent quasi Installationsquote in der Bevölkerung sind eigentlich erforderlich, Philipp? Da wurde ja kurz mal diskutiert, mindestens 60 Prozent der Menschen in Deutschland müssten die App installiert haben. Das wäre natürlich eine enorm hohe Quote, wenn man sich überlegt, dass nur 70 Prozent der Bevölkerung, etwa 70 bis 80 Prozent überhaupt über ein Smartphone verfügen. Das würde ja bedeuten, so fast alle Smartphone-User müssten die App installieren. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Das ist nicht mehr aktuell. Wir hatten das ja auch gesagt, das ging einfach auch am Anfang, als man noch nicht so viel wusste, so durch die Medien und landete ja auch bei uns. Das ist sicherlich nach wie vor erstrebenswert und gut, dass es so viel sind. Aber eine Oxford-Studie, eine Studie aus Oxford haben wir auch verlinkt, sagt halt auch, wir sehen auch schon einen Effekt, wenn es beispielsweise 20 Prozent der Bevölkerung installiert hat. Und diese 60 Prozent, die gehen so ein bisschen davon aus, dass es sonst keine anderen Maßnahmen gibt. Wenn man jetzt aber wie jetzt andere Maßnahmen hat, wir sehr, sehr zumindest in Deutschland geringe Fallzahlen haben, dann sagt diese Studie, das sind ja alles immer Simulationen, können wir schon einen Effekt haben, wenn 20 Prozent der Leute dabei sind. Das heißt also, macht Sinn. Also das Problem ist aus einer quasi mathematischen Perspektive einfach das, dass ja ein Tracing nur dann effektiv ist, wenn quasi beide Beteiligten die App installiert haben, mit anderen Worten, wenn der Mensch die App installiert hatte, der sich infiziert hat und sich infiziert meldet und eben auch der andere Mensch, der mit ihm Kontakt hatte. Und deswegen muss man diese Quoten multiplizieren, um zu der Quote der erfassten Kontakte zu kommen. Also beispielsweise bei 60 Prozent Handy-App-Versorgungsrate kommst du trotzdem 60 Prozent mal 60 Prozent nur zu 36 Prozent Contact-Tracing. Also selbst wenn das klappt mit 60 Prozent der Menschen haben die App, selbst dann kannst du nur 36 Prozent der Kontakte damit erfassen. Das heißt also, man muss es offen so sagen, also der Beitrag dieser App am Tracing von gefährlichen Kontakten wird immer irgendwie begrenzt sein, selbst bei einer sehr hohen Installationsquote. Aber jede Installation wirkt, deswegen gilt, je mehr, desto besser. Acht Millionen Mal haben sie es ja auch schon runtergeladen, das ist schon eine ganze Menge, über acht Millionen Mal. Aber klar, die App ist kein Allheilmittel, aber ich denke, die eigentliche Frage ist doch, was spricht gegen die Installation? Also wenn man die App installiert und sie bringt nichts, ist das nicht toll, aber auch irgendwie tut auch irgendwie nicht weh. Ja, hat man immerhin seinen Beitrag geleistet. Was ist denn möglicherweise ein Problem dieser App? Naja, also es ist eine frische App, relativ komplex, kann natürlich Fehler haben. Kann halt abstürzen. Kann halt abstürzen, okay. Aber jedenfalls auf dem iPhone, wo es ja ein hartes Sandboxing gibt, also jede App kann nur auf ihre eigenen Daten zugreifen, hast du da jedenfalls nicht das Problem, dass irgendwie, keine Ahnung, die Corona-App abstürzt und mit einmal sind deine Instagram-Bilder weg. Aber die Gefahr, dass es eine komplexe App ist und jetzt Dinge tut, von denen wir alle nicht wissen, die Gefahr ist, glaube ich, relativ gering, weil sich Leute halt vorher den Code angeguckt. Ja, das ist das Coole an dieser App-Installation. Da muss man sagen, hat die Bundesregierung vertreten in diesem Fall oder unterstützt von ihren Projektpartnern, SAP und Telekom, oder T-Systems genau genommen, einfach einen guten Job gemacht. Die haben ja die App schon einige Wochen vor der Veröffentlichung als Quelltext ins Netz gestellt. Das heißt, da konnten Nerds sich diesen Quelltext runterladen, die App auch selber bauen quasi. Das haben auch einige Leute gemacht und von ihren Erfahrungen dann auf Twitter berichtet und so. Es gab dann auch Feedback und die Entwickler bei SAP und Telekom haben es dann auch wieder aufgenommen. Also, dass die App irgendwas macht, was niemand weiß, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So Blackbox-mäßig, das ist total unwahrscheinlich. Also, das ist nie ausgeschlossen, aber in dem Fall ist es jetzt extrem unwahrscheinlich. Sie heißt, es kann halt nicht funktionieren, indem sie nicht startet. Klar, aber bislang hört man das nicht. Auf Twitter klingt es so, als wenn die jedenfalls so augenscheinlich gut funktionieren. Also, ein Problem ist, dass sie bislang nicht so richtig im Ausland funktioniert. Also, wir fahren ins Ausland, wir haben Kontakt zu irgendwelchen Franzosen. Die haben die App nicht, natürlich nicht. Wer installiert sich irgendwie 27 Corona-Apps? Das ist so ein bisschen das Problem. Es ist bislang keine europäische Lösung gefunden worden. Die Franzosen setzen ja auch zum Beispiel weiterhin auf eine zentrale Lösung. Wir in Deutschland haben jetzt eine dezentrale Lösung gebaut. Aber die EU-Kommission arbeitet daran. Bin mal gespannt, ob wir dann jedenfalls für die nächste Pandemie auch sowas wie einen Tracing-Standard haben. Spannende Frage noch, Philipp. Was passiert denn eigentlich, wenn man jetzt positiv getestet wird? Du hast es eben schon gesagt, dass man der App mitteilt, ist freiwillig. Aber da stellt sich natürlich dann die Frage, wie schützt man das System gegen Trolle? Wie verhindert man jetzt, dass irgendwelche Spaßvögel sich einfach mal infizieren melden? Positiv, positiv, positiv. Weißt du, so Schüler, die meinen, wir legen jetzt mal unsere Schule lahm, wir sind alle positiv. Wie kann man das verhindern? Also, die Idee ist, dass das Labor einen Test macht. Und wenn du positiv bist, kriegst du einen Brief oder ja, wahrscheinlich einen Brief mit einem QR-Code. Den scannst du mit deiner App ab, wenn du das denn melden willst. Und bist dann im Netzwerk als positiv gemeldet und deine Leute kriegen deine Kontakte, kriegen eine Nachricht. Das Problem ist, dass offensichtlich laut Spiegel viele der Labore diese Möglichkeit aus tausend Gründen noch nicht haben und noch keinen, so einen Code verschicken können. Und dass du dann also als Nutzer, Nutzerin gezwungen bist, eine Tarn einzugeben. Also irgendwie eine Nummer. Die Frage ist, woher kriegst du die Tarn? Und da ist es wohl so aktuell, dass es ein Callcenter gibt, der von der Telekom mit einem anderen Unternehmen betrieben wird, wo du dann halt anrufen sollst und sagen, ich bin positiv getestet. Und dann soll es da psychologisch geschulte Mitarbeiter geben, die halt durch gezielte Fragen irgendwie validieren können sollen, dass du tatsächlich positiv getestet bist. Das ist natürlich nochmal eine Sollbruchstelle. Das muss man deutlich sagen. Das kann funktionieren, wenn da nicht so viel anrufen, wenn die Leute gut sind und, und, und. Wenn es natürlich momentan 500, 600 Neuinfizierte jeden Tag, also da mag das funktionieren. Aber das ist natürlich eine Sollbruchstelle. Das soll so lange funktionieren und laufen, bis diese Labore halt aufgerüstet angeschlossen sind und alle ihre QR-Codes versenden können. Wie lange das dauert, who knows. Das können aber auch Wochen und Monate sein. Man kann eigentlich nur hoffen, dass wenn dann einfach mal eine zweite Welle kommt, dass dann diese Labore so ausgerüstet sind. Dass sie dann auch QR-Codes verschicken können, weil das scheint eine relativ sichere Sache zu sein. Ja, also du sagst, der Spiegel hat mal versucht, da so ein bisschen das zu trollen, das System, oder? Nee, ich glaube, die haben das einfach nur berichtet. Ach so, ah, okay. Genau, nee, nee, die haben es nicht getestet, sondern die haben einfach nur berichtet, dass es diese Callcenter gibt und, ja, es ist, denke ich, offensichtlich, wenn die Labore nicht digital angebunden sind und diese QR-Codes nicht verschicken können, dann muss man irgendeine andere Möglichkeit haben. Und da ist es halt, diese Callcenter, das ist natürlich offensichtlich nicht optimal, aber da muss man halt abwarten, wie es funktioniert. Und ganz ehrlich, vielleicht hat das dann noch den Nebeneffekt, dass man da mal so ein bisschen die Digitalisierung dieser Labore vorantreibt. Wenn das der Effekt ist. Wäre doch cool. Also das denke ich bei dem Ganzen, ja, da ist ganz vieles jetzt irgendwie so ein bisschen auf Kante genäht, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Farbe klebt noch und riecht ein bisschen nach Farbe und so. Aber, weißt du, das ist halt ein System, eine Infrastruktur, die wir jetzt einmal aufbauen und ganz viele NaturwissenschaftlerInnen warnen ja davor, das wird nicht die letzte Pandemie sein. Menschen und Tiere leben einfach ein bisschen zu eng zusammen. Der natürliche Lebensraum vieler Tiere wird eingeschränkt, es wird immer mehr Übertragung von Krankheiten aus dem Tierreich auf Menschen geben und insofern sind wir doch vielleicht ganz gut aufgestellt, wenn wir jetzt diese Corona-Pandemie zum Anlass nehmen, einfach die Infrastruktur aufzubauen, um die nächste Pandemie dann noch viel effektiver bekämpfen zu können. Eine Forderung, die auch noch begleitet hat diese App, ist die Forderung nach einem App-Gesetz. Also vorgetragen wurde das vor allen Dingen von Anke Domscheid-Berg, digitalpolitische Expertin, Sprecherin bei der Linksfraktion im Bundestag. Es gab auch andere grüne Justizminister, die das gefordert haben. Die haben sogar schon einen Gesetzentwurf geschrieben. Die haben sogar schon einen Gesetzentwurf geschrieben. Die Frage ist, ist das nötig? Also die Idee ist von Anke Domscheid-Berg, so Dinge da in diesem Gesetz zu verankern wie die absolute Freiwilligkeit. Und dass man definitiv nicht diskriminiert werden darf, wenn man diese App zum Beispiel nicht installiert hat. Wobei Diskriminierung ist natürlich schon wieder Framing. Man kann nicht genau so gut sagen, man hat vielleicht einfach Anreize, die App zu installieren. Weißt du? Das ist halt die Debatte. Also gehen wir doch mal die Argumente durch. Also es werden im Grunde drei Argumente genannt. Nämlich zum einen Datenschutz, rechtlich. Also brauchen wir ein App-Gesetz, um überhaupt so eine App betreiben zu dürfen? Und die Daten erheben zu dürfen. Und insbesondere Untergeltung der Datenschutz-Grundverordnung. Und da muss man eigentlich relativ deutlich sagen, nein, wenn die Menschen, die die App verwenden, wirksam einwilligen, dann geht das auch nach der Datenschutz-Grundverordnung schon. Dann braucht es eben diese Einwilligung nicht. Das ist auch die Position übrigens der Bundesjustizministerin und des Ministeriums. Und natürlich die Position des Robert-Koch-Instituts. Sonst hätten sie die App so natürlich nicht veröffentlichen können. Da gab es ja noch so eine kleine Debatte, wie ist denn das mit Kindern? Ja, die können, wenn sie unter 16 sind, können Menschen nicht wirksam einwilligen nach der Datenschutz-Grundverordnung. Ja gut, dann müssen die eben die Eltern einwilligen. Dann muss man eben den Button beschriften mit Einwilligung der Eltern einholen. Also ich denke, das ist natürlich ein Thema. Darf man nicht aus dem Blick verlieren. Muss man rechtlich sauber lösen. Ist aber auch lösbar. Zweiter Punkt. Zweckentfremdung der Daten verbieten. Ja, dass die Daten jetzt nicht für irgendwelche anderen Zwecke verwendet werden als fürs Corona-Tracing. Das ist auch DSGVO geregelt, oder? Oder? Also ich meine, na klar, wenn die Einwilligung die Nutzung der Daten eben nur zu diesem Zweck umfasst, Corona-Tracing zu betreiben, dann wäre eine Zweckentfremdung der Daten von dieser Einwilligung nicht umfasst und damit rechtswidrig. Also sehe ich auch nicht so unbedingt, wieso man dafür jetzt ein Gesetz braucht. Abgesehen davon, dass diese Apps ja nun so gebaut sind, Philipp hat es eingangs erklärt, dass eben die Daten tatsächlich auch nur taugen zum Corona-Tracing. Also wir wollen jetzt dieses große Fass nicht mehr aufmachen, wie genau Apple und Google diese Schnittstellen gebaut haben. Aber nach allem, was ich da persönlich gelesen habe von InformatikerInnen, ist es tatsächlich so, dass diese Daten jetzt auch normalerweise nicht personalisiert werden können. Also man kann nicht von anonym reden, weil es ja immer irgendwelche theoretischen Möglichkeiten gibt. Aber in der Praxis gibt es keine nachvollziehbaren Möglichkeiten, sagen jedenfalls Security-Forscher, um aus diesen Daten alleine zu schließen, welcher Mensch das jetzt jeweils war. Aber mit anderen Worten, denke ich mal, ist eine Zweckentfremdung der Daten schon nicht so wahnsinnig, wie soll ich sagen, wahrscheinlich. Das andere ist diese große Debatte um die Freiwilligkeit. Die Sorge ist, gibt es eine Art von Zwang, Sachzwang, gesellschaftlichem Zwang, sich diese App zu installieren? Kann der entstehen und soll es ein Gesetz geben, was die Freiwilligkeit festschreibt? Sondern da sind natürlich jetzt eine Menge Begriffe drin, die sehr interpretationsbedürftig sind. Was heißt Zwang, was heißt Freiwilligkeit? Also die weitgehendste Forderung in diesem Zusammenhang war, dass tatsächlich alle Anreize unter Strafe gestellt werden sollten, also jedenfalls als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden sollten, die an eine App-Nutzung geknüpft waren. Also beispielsweise, dass ein privater Betreiber eines Restaurants sagt, hier kommst du nur rein, wenn in deiner Corona-App grün angezeigt wird. Klar, kann man natürlich sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass man tatsächlich auch ohne Corona-App oder schlimmer noch mit einer Corona-App, die rot anzeigt, ins Restaurant gehen darf. Und da kann man sich jetzt schon die Frage stellen, ist das quasi eine legitime Position zu sagen, das muss man diesem Restaurantbetreiber verbieten dürfen. Man muss natürlich sehen, also das würde natürlich die Freiwilligkeit stärken, eine App zu benutzen oder auch nicht. Es würde aber auf der anderen Seite die Freiwilligkeit des Restaurantbetreibers einschränken, zu sagen, ich möchte halt meine Kundinnen und Kunden schützen. Und ich möchte auch mein Restaurant davor schützen, dass hier vielleicht ein Lockdown über meine Kneipe verhängt wird und mein Geschäftsbetrieb drei Wochen lahmliegt. Also insofern muss man immer sehen, Freiheit oder Freiwilligkeit ist jetzt nicht einfach nur ein Fortschritt. Es ist natürlich ein Fortschritt für die Menschen, die aus irgendwelchen Gründen meinen, diese App nicht einsetzen zu sollen oder die vielleicht ein Handy haben, wo die App nicht läuft. Für die ist es ein Freiheitsgewinn. Es ist aber zugleich natürlich ein Risiko für die Gesundheit. Vielleicht kein großes, aber es bleibt ein Restrisiko und es ist ein Risiko für Menschen, die zum Beispiel als Unternehmer denken, sie wollen ihr Unternehmen schützen davor, dass Infizierte oder potenziell Infizierte reinkommen. Insofern finde ich, ist das mit der Freiwilligkeit ein ganz schwieriges Thema. Das eine Freiwilligkeit ist zugleich quasi die Einschränkung der Freiheit des anderen. Und insofern finde ich, ist das eine sehr schwierige Frage, ob man einfach so sagen kann, wir schützen die Freiwilligkeit, indem wir Anreize für die Nutzung dieser App tatsächlich verbieten. Also einen staatlichen App-Zwang fände ich persönlich auch falsch. Das wäre wiederum quasi die andere Radikallösung. Das ist ja auch nicht mehr eine Diskussion. Aber ob man wirklich auch Anreize durch Private tatsächlich unter Strafe stellen sollte oder als Ovis verfolgen sollte, das wäre, sagen wir mal, eine radikale Forderung auf der anderen Seite des Spektrums. Und das finde ich politisch alles andere als klar. Ja, du sagst, also das, was du Anreize nennst, würde wahrscheinlich Anke Domscheid-Berg Diskriminierung nennen. Aber das sind die beiden Seiten dieser Medaille. Du kannst das eine, kannst du sagen, ist ein Anreiz hier zu nutzen, weil du halt in bestimmte Kneipen besser reinkommst und in Restaurants. Und die andere Seite ist zu sagen, ja, das diskriminiert aber jene, die sich kein Handy leisten können, die die App aus welchen Gründen auch immer nicht installieren wollen. Genau, und da muss man dann wiederum sich die Frage stellen, ist das nicht eigentlich ein Missbrauch des Wortes Diskriminierung? Denn Diskriminierung ist ja nicht jede Ungleichbehandlung. Eine Diskriminierung ist eine Ungleichbehandlung, die nicht auf einem plausiblen Grund beruht, also die nicht als solche gerechtfertigt ist. Hautfarbe oder so was da. Ja, also es gibt ja zum Beispiel, oder es kann ja durchaus Gründe geben, wieso man Männer und Frauen in bestimmten Situationen nicht leicht behandelt. Dafür kann es Gründe geben, also der Klassiker wäre die sogenannte Affirmative Action, also dass man quasi Frauen bevorzugt bei der Einstellung zum Beispiel in beruflichen Bereichen, wo Frauen unterrepräsentiert sind. Da werden natürlich Männer schlechter behandelt, es ist aber keine Diskriminierung, weil Frauen bislang strukturell diskriminiert sind und deswegen müssen quasi Männer auf dem Weg ein Stückchen diskriminiert werden oder schlechter behandelt werden, damit irgendwann mal Gleichheit entsteht. Und das ist gerade keine Diskriminierung dieser Männer, sondern es ist eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Weil es einen Grund gibt. Genau, weil es einen Grund gibt. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ist denn nicht möglicherweise die Tatsache, dass jemand eine App nutzt oder auch nicht nutzt, ein sinnvolles Differenzierungskriterium? Also deswegen finde ich, dieser Begriff der Diskriminierung ist in diesem Zusammenhang eigentlich ein ziemlich unfaires Framing, weil er nämlich die Diskussion von vornherein abschneidet, ob nicht der App-Einsatz ein legitimes Differenzierungskriterium ist. Und wie gesagt, ich habe ja gerade die Perspektive des Restaurantbetreibers geschildert. Ja, ne, macht schon Sinn. Also wie gesagt, ich bin da nicht entschieden, ich habe nur große Bedenken dagegen, quasi die Diskussion von vornherein abzuschneiden, indem man sagt, es ist eine Diskriminierung, wenn Menschen, die die App nicht einsetzen wollen, schlechter behandelt werden. Ich finde, man muss kontextbezogen darüber nachdenken, ob das nicht möglicherweise durchaus legitim ist, so zu entscheiden. Und ich finde, die Frage stellt sich auch sehr anders für öffentliche Stellen oder zum Beispiel für sowas wie Daseinsvorsorge, ja, also keine Ahnung, öffentlicher Personennahverkehr. Da finde ich das schwierig, weil es sehr schwierig ist zu sagen, ich fahre jetzt einfach nicht mehr U-Bahn, ja, weil zum Beispiel in Berlin die Berliner Verkehrsbetriebe hypothetisch mal die App verlangen und sich ohne App nicht mehr in die U-Bahn lassen. Das fände ich ein Problem, weil da quasi der Freiheitsverlust, ja, nicht mehr U-Bahn fahren zu können, gravierend ist. Wenn ich aber jetzt nur in einen bestimmten Biergarten nicht mehr rein kann, habe ich ja grundsätzlich mal die Möglichkeit, in einen anderen Biergarten zu gehen. Und deswegen finde ich, also pauschal zu sagen, jeder Anreiz, wenn das geht, wäre, oder wären mir zu viel. Ich finde, man muss das, wenn man das will, müsste man das genau diskutieren. Und das ist natürlich eine spannende Frage, welche Anreize wir da an dieser Stelle wollen und welche nicht. Finde ich eine gesellschaftliche Debatte, die jetzt, die wir sparen wir uns jetzt so ein bisschen, dadurch, dass das App-Gesetz halt nicht gibt. Genau, dass es das nicht gibt. Dennoch, ich finde auch dieses Argument durchaus nachvollziehbar, dass, wenn es so ein Gesetz geben sollte, dass diese Fragen irgendwie überzeugend regelt, dann würde das sicherlich die Legitimation und das Vertrauen in diese App stärken. Je nachdem, was drinsteht. Je nachdem, was drinsteht. Die App ist nur ein Werkzeug und ob sie funktioniert, wird man sehen. Wie viele Leute das installieren, wird man sehen. Ob sie in der Praxis so jede Funktion tatsächlich funktioniert, wird man sehen. Also da sind schon noch ein paar Fragen dran. Einen der wirklich interessantesten und glaube auch sehr gesellschaftlich nachhaltigsten Aspekte ist diese Frage, wie dieses Stück Software entstanden ist. Es hat am Anfang eine Plattformdiskussion gegeben, so einen Richtungsstreit. Ja, soll man jetzt zentral, dezentral, das hat eine Weile gedauert. Aber ich fand, in dem Moment, wo der Staat sich entschieden hatte, wir machen das so, wie wir es jetzt gemacht haben und gesagt hat, wir beauftragen Telekom und SAP damit, ist das sehr gut gelaufen. Und hat einen Standard gesetzt für öffentliche Softwareentwicklung, hinter denen wir in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr zurück können. Ja, und das ist auch ein guter Effekt. Ganz unabhängig von dieser App als solcher. Aber zu sagen, da gibt es private Unternehmen, die bauen im Auftrag des Staates mit Steuereingeldern einen, in diesem Fall App, aber das kann ja sonst irgendeine technische Software sein. Und dann zu sagen, ihr müsst den Code veröffentlichen, ihr müsst ihn da veröffentlichen, der wird debattiert, ihr fangt Feedback ein. Und es ist kontrollierbar und nachvollziehbar, was ihr da tut und entwickelt. Und so wie dieser ganze Prozess gelaufen ist, sicherlich nicht optimal, aber verglichen mit dem, was bisher da war und wie das bisher gemacht wurde, ein riesen Fortschritt. Und wenn du jetzt anfängst und sagst, was weiß ich, als Verkehrsministerium, wir machen irgendeine App eine Maut-App oder wir machen irgendeine weiße Löcher-Internet-Search-App oder so, dann wirst du dich immer rechtfertigen müssen. Warum ist das nicht Open Source? Warum können wir den Code nicht lesen? Also jedenfalls bei Apps, die dann tatsächlich in den Händen der User laufen sollen, wo es um Vertrauensschutz geht. Also ich entwickle ja selber ein öffentliches Software-System, das Funktionäre-Abfragen-Transparenz-System für das Land Berlin. Ob das tatsächlich Open Source wird, ist nicht ganz klar. Gibt es Gründe, das zu tun? Gibt es Gründe dagegen? Das ist also noch eine offene Frage. Aber du musst es halt begründen. Es werden immer Fragen kommen und sagen, und dann kann man nicht einfach sagen, sondern du sagst, hey, da ist eine App, die ist gut gelaufen, alle sind zufrieden, let's go. Und dann musst du eine Begründung haben, warum das nicht so ist. Also ich denke, das wird gerade für Publikumstechnik, die vom Staat finanziert wird. Ja, Publikumstechnik ist ein total klarer Fall, das denke ich auch. Dieses alten, natürlich ein internes System wird nicht in den Händen der User betrieben und so, da kann man sich nochmal andere Fragen stellen. Aber genau. Philipp, wir kommen zu unserem Corona-Update. Wie soll ich sagen, erfahrene Lage, Hörerinnen hören schon, das ist jetzt wieder nur unser zweites Thema in dieser Woche. Insofern, ich finde, man muss immer schon so ein bisschen nochmal drauf gucken und schauen, wo stehen wir denn da. Und wir sind in Deutschland so alles in allem noch auf einem guten Weg. 500 bis 600 neue Infektionen jeden Tag, ja, bei 0,8 bis 1, was erstmal viel klingt. Aber bei so wenig Infektionen dann wirklich tolerabel ist. Es gibt einige Ausbrüche, das sind so an den Bundesländern, ist es Berlin und Bremen, die fast 8, also 7,8 und 7,9 Fälle pro 100.000 Einwohner haben. Das ist eine ganze Menge, weit mehr als alle anderen Bundesländer. Und es gibt eben in verschiedenen Landkreisen Probleme. Also Greiz, Verden, Magdeburg und vor allen Dingen Gütersloh sind Landkreise, die halt mit so lokalen Ausbrüchen in Schulen, in Altersheimen Probleme haben. Gütersloh, natürlich in den Medien Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies. Da sind mehrere hundert Leute positiv getestet worden, sagt das Robert-Koch-Institut. Der Betrieb ist vorübergehend geschlossen. Alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen seien unter Quarantäne, sagt das RKI. Alle Schulen, Kitas im Kreis sind gestern geschlossen worden bis zum Beginn der Sommerferien in NRW am 26. Juni. Der SWR hat auch ein Video, glaube ich, veröffentlicht aus der Kantine dieses Betriebs, wo alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dicht an dicht sitzen. Wir haben dieses Video auch zugespielt bekommen, haben uns entschieden, das erstmal nicht zu veröffentlichen, weil wir, ich finde, man muss sowas verifizieren. Ist das wirklich aus der Zeit? Ist das wirklich aus dem Betrieb? Zeigt es wirklich das, was es zeigen soll? Das haben wir in der kurzen Zeit nicht geschafft, deswegen haben wir es nicht veröffentlicht. Dazu, glaube ich, muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, nur ich glaube, das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Massenfleischproduktion in Deutschland kaputt ist. Ich glaube, das muss man einfach so sehen. Aber daran liegt es halt, dass wir in verschiedenen Landkreisen so Ausbrüche haben. Es gab noch Feedback, ich hatte letzte Woche gefragt, mich würde interessieren Studien, die nicht nur Corona-Maßnahmen insgesamt die Wirkung erforschen, sondern einzelne Corona-Maßnahmen. Und da hat es eine Studie tatsächlich in Science gegeben, die uns ein Hörer zugeschickt hat. Und deren Conclusio ist, we found a clear reduction of the spreading rate related to each governmental intervention and the concurring adaptation of individual behavior. Also wir haben eine klare Redaktion der Ausbreitungsrate in Verbindung mit den staatlichen Interventionen gefunden. Das sind im Konkret halt die Absage der Veranstaltung mit mehr als tausend Leuten am 9. März, dann das Schließen der Schulen, Kitas und vieler Geschäfte am 16. März und dann die Kontaktbeschränkung am 23. Und die Studie sagt, our results indicate that the full extent of intervention was necessary to stop the exponential growth. Also die sagen, unsere Resultate weisen darauf hin, dass die volle Breite dieser Maßnahmen nötig war, um das exponentielle Wachstum zu stoppen. Aber, und da wird es interessant, die ersten beiden Schritte, also Veranstaltungen, über tausend Leute verbieten und die Schulen, Kitas schließen, die reduzierte die Wachstumsrate von 30 Prozent auf 12 Prozent und dann auf 2 Prozent. Das ist aber immer noch ein exponentielles Wachstum. Und dann schreiben sie, only the third intervention, also Kontaktbeschränkung. We found that the epidemic changed from growth to decay. Also, dass erst sozusagen die dritte Kontaktbeschränkung wirklich das Wachstum beendet hat und ein Sinken der Zahlen des Wachstums zur Folge hatte. Also, Studie ist verlinkt, kann man sich nochmal angucken. Aber das ist zumindest mehr Wissenschaft zu den einzelnen Maßnahmen, als ich sie bisher kannte. Ja, das fand ich ehrlich gesagt auch sehr spannend. Und vielen Dank auch für die schönen Beiträge bei euch in den Kommentaren. Das hat uns sehr viel weitergeholfen. Da gab es auch noch eine ganz spannende Diskussion in den Kommentaren zu der Frage, wie aussagekräftig eigentlich R ist bei sehr kleinen absoluten Zahlen von Neuinfektionen. Wollen wir jetzt nicht im Einzelnen aufgreifen, einfach weil das mathematisch ziemlich kompliziert ist und statistisch. Könnt ihr nachlesen. Das ist noch in den alten Kommentaren. Die haben wir aber natürlich archiviert. Also, das vielleicht noch so. Die findet ihr unter den Beiträgen. Genau, die findet ihr unter den alten Lagefolgen. Wir haben diese insgesamt über 20.000 Kommentare, die in vier Jahren Lage geschrieben worden sind, natürlich jetzt nicht einfach in den Orkus befördert. Es gibt ein Archiv, die könnt ihr also weiter durchsuchen. Und wir bitten euch nur darum, weiter zu diskutieren in den neuen Kommentaren. Genau, und wie wir jetzt umgehen mit der 194, müssen wir nochmal so ein bisschen gucken. Das ist die letzte Folge, da gab es den Schnitt mitten in der Woche. Da haben jetzt schon Leute geschrieben irgendwie, dass sie gerne noch da weiter kommentieren würden. Also müssen wir mal schauen. Wenn das wirklich im Einzelfall unerlässlich ist, dann schickt uns vielleicht eine E-Mail. Aber im Großen und Ganzen würden wir denken, greift die Themen einfach auch neu auf in aktuelle Kommentare. Genau, auch noch ein bisschen unter in der Rubrik Update ist, dass heute, die, heute ist der 19. genau, wir nehmen Freitag auf, die EU-Regierungschefs beraten über diese Corona-Hilfen, über die wir ja auch schon mal gesprochen hatten. Also für die Länder in Europa, die von Corona besonders betroffen sind. Da gab es ja diesen Plan der EU-Kommission. 750 Milliarden wollen sie verteilen, 250 Milliarden als Kredit, 500 Milliarden als Zuschuss, der eben nicht zurückgezahlt werden muss. Und dieses Geld soll eben gemeinsam aufgenommen werden und dafür soll mehr oder weniger auch gemeinsam gehaftet werden. Ja, also gemeinsam, der Witz ist, die EU soll das Geld aufheben. Also bislang war immer die Idee, die EU hat einen Haushalt, der wird gespeist von den Mitgliedstaaten der EU. Und nun also soll die EU selber Kredite aufnehmen. Das ist schon mal was Neues und die EU-Regierungschefs beraten darüber. Man kann sagen, das bigger picture ist, es herrscht enorme Uneinigkeit, weil es im Kern immer um die Frage geht, was ist denn quasi der richtige Umgang mit dieser Corona-Krise? Insbesondere, was ist die richtige Strategie sowohl, um die Kassen der EU hinreichend zu füllen? Stichwort soll die EU wirklich eigene Kredite aufnehmen? Als auch die Frage, wie soll dieses Geld ausgereicht werden? Also insbesondere, nämlich sollen die Mitgliedstaaten der EU aus diesem Topf Darlehen bekommen, Kredite bekommen, was natürlich dazu führen würde, dass die Schuldenquote von Griechenland, Italien und wie die Staaten alle heißen, weiter steigen würde. Möglicherweise ist das völlig unrealistisch, weil die diese Darlehen sowieso nie zurückzahlen können, was eigentlich doch alle wissen. Oder sollen jedenfalls erhebliche Teile möglicherweise aus diesem 750 Milliarden Topf auch als Zuschuss gezahlt werden. Und da reiben sich natürlich die Mitgliedstaaten, also insbesondere die Niederlande und Österreich vertreten da eine sehr harte Linie und sagen, Geschenke gibt es nicht. Oder so wenig wie möglich. Ja genau, Geschenke gibt es nicht. Also A, und wenn es Kredite oder sogar Zuschüsse, Geschenke gibt, dann müssen die an harte ökonomische, makroökonomische Bedingungen geknüpft sein. Also wo das klassisch immer in der Vergangenheit war, dass die EU Kredite vergeben hat und die dann an Strukturreformen im Rentensystem oder so gebunden waren. Das sind diese sparsamen vier um Holland und Österreich, die das fordern. Aber es stehen auch so Fragen zur Debatte. Muss es eigentlich ökologische Bedingungen geben? Gibt es halt Geld an Italien nur, wenn die halt aufhören, 19 Milliarden klimaschädliche Subventionen jedes Jahr auszuzahlen? Das zum Beispiel ist so eine Debatte. Und dann ist natürlich die große Frage, wie sollen eigentlich diese Schulden jemals beglichen werden? Also da sind sich glaube ich viele einig, dass da Steuern erhöht werden müssen. Entweder Unternehmenssteuern in der EU oder es muss eine Finanztaktionssteuer geben. Dann gibt es ja diese CO2-Grenzabgabe, über die wir letztes Mal auch gesprochen haben. Also soll dreckiger Stahl aus China an der EU-Grenze einen Aufschlag erhalten, damit potenziell klimafreundlicher Stahl aus der EU wettbewerbsfähig bleibt. Und da ist die EU wohl dran. Das wird es wahrscheinlich geben. Aber das jetzt zu nutzen, um Schulden zurückzuzahlen, glaube ich, wäre der falsche Weg. Das hat auch Pascal Lamy gesagt, ehemaliger Generaldirektor der Welthandelsorganisation und ehemaliger EU-Kommissar für Handel. Den habe ich diese Woche in einer Pressekonferenz gesehen. Der sagte, diese CO2-Grenzabgabe, die wird kommen. Aber damit jetzt die Schulden zu tilgen, das hielte er für den falschen Weg. Das sei einfach nicht das Instrument, sondern er würde sagen, es müssen halt Steuern erhöht werden. Eine Finanzaktionssteuer muss eingeführt werden, eine wirksame und so weiter. Und das, was er halt auch noch sagt, dass diese ganzen Verhandlungen um dieses Paket, die werden jetzt nicht heute beendet, sondern die werden wahrscheinlich bis zum Herbst dauern. Ja, deswegen wollten wir das nur mal so als kurzes Update in die Folge nehmen. Wir können da jetzt auch noch nicht prognostizieren, was dabei rauskommt. Sehr wahrscheinlich wird es einfach ein Diskussionsprozess sein, der uns alle über den Sommer begleiten wird. Aber wir wollten euch quasi so ein bisschen die Hintergründe liefern, worüber da im Kern gestritten wird. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, wie es jetzt weitergeht mit der EU. Wenn man will, kann man noch so ein bisschen das Bigger Picture aufmachen. Der Brexit ist mehr oder weniger durch. Das Vereinigte Königreich verlässt die EU. Rechtlich ist es schon draußen. Es ist jetzt nur noch in so einer Übergangszeit rechtlich weitgehend angedockt an die EU. Aber es ist im Grunde ja schon draußen. Und jetzt ist halt einfach die Frage, wie rauft sich die Europäische Union jetzt zusammen? Also schafft sie einen Raum tieferer Integration? Ein deutliches Signal für diese tiefere Integration wären eben Zuschüsse. Das wäre also quasi gelebte finanzielle Solidarität, dass man tatsächlich aus dem EU-Haushalt Zuschüsse gewährt. Oder bleibt man im Grunde bei so einer gewissen Form von Skepsis, wo man Darlehen verteilt und am schlimmsten oder schlimmstenfalls auch noch ökonomische Auflagen macht, dass Länder irgendwelche Reformen durchführen sollen mit den Risiken, die das mit sich bringen. Ich meine Stichwort Griechenland, was ist da nicht alles an sozialen Katastrophen passiert, weil die unter anderem die EU, aber auch andere internationale Institutionen einfach harte Auflagen geknüpft haben an die Kredite. Genau und der letzte Punkt zu dieser Wesensfrage ist, die EU hat jetzt die Chance, sich quasi ein richtig ökologisches, klimafreundliches Rückgrat einzuziehen. Also das sozusagen in diese ganze Finanzierungsstruktur, Klimaschutz und nachhaltiger Umbau des Wirtschaftssystems zum integralen Bestandteil dieser ganzen Politik wird. Ich finde, das ist auch noch eine Frage, die da zur Debatte steht. Und Lamy sagte halt, die Chance ist da, aber wir müssen abwarten, was konkret dann am Ende dabei rauskommt. Ein weiteres kleines Update haben wir noch für euch zum Thema Staatshilfen wegen Corona. Diesmal schauen wir wieder ins Inland. Da haben uns nämlich auch sehr viele Kommentare von euch erreicht, die darauf hinweisen, dass natürlich enorme Summen ausgereicht werden, Milliarden Summen ausgereicht werden an Staatshilfen. Aber nicht alle Menschen, die in Deutschland Geld verdienen wollen, die in Deutschland arbeiten, bekommen von diesen Hilfen gleich viel mit. Bei einigen klappt es gut, bei anderen leider gar nicht, Philipp. Und da hast du noch ein paar Infos. Genau, also Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz, die haben Anfang dieser Woche wieder viele Milliarden für kleine und mittelstündliche Unternehmen angekündigt. Das ist auch alles okay. Das Problem ist nur, dass du halt eine bestimmte Größe an Unternehmen haben musst, damit du davon profitierst. Und es gibt halt viele Millionen kleine Selbstständige und Soloselbstständige, die dabei eben leer ausgehen. Und ich habe mit Gunter Hage telefoniert, der macht so die selbstständigen Beratungen bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Und nach seiner Information ist es so, für die Soloselbstständigen hierzulande wird es keine weiteren Hilfen geben. Wer also jetzt soloselbstständig ist, kleiner Unternehmer eben nicht in diese KMU-Hilfen reinfällt. Da muss man irgendwie mehrere, glaube ich, 200 Mitarbeiter oder sowas haben. Also wer da nicht reinfällt, der hat nur drei Optionen. Entweder Geld verdienen irgendwie, sich einen anderen Job suchen, irgendwie die Branche wechseln oder Hartz-IV beantragen. Satteln sie um. Ja. Das ist immer so der Spruch. Das ist der Spruch. Und da heißt es ja, ein Teil dieser ganzen Corona-Hilfen ist ja auch der erleichterte Zugang zum Hartz-IV. Da hatten wir ja auch sehr unterschiedliche Meldungen. Und das hat Gunter Hage auch nochmal bestätigt. Es gibt da ein heterogenes Bild. Einige Kommunen verschicken, wenn du Corona-bedingt Hartz-IV beantragen musst, fünf Seiten und bist schnell drin, ohne Prüfung deines Vermögens erst mal so. Das gibt es. Aber es gibt eben auch noch viele Kommunen, die einfach sagen, hier ist the full Monty, deine 100 Seiten oder was die da an Monster verschicken. Machen wir bitte den kompletten Striptease. Machen wir den kompletten Striptease, so wie das für Hartz-IV leider üblich ist. Das gibt es halt auch. Ja, das ist so der Status. Aber ich fand interessant, einfach zu sagen, dass Verdi wohl auch aus dem Ministerium die Information hat, da wird für Solo-Selbstständige erst mal nichts mehr kommen. Und es gibt die drei Optionen, anderer Job, irgendwie Geld verdienen oder Hartz-IV. Ja, und da muss man natürlich auch ein bisschen die gesellschaftliche Perspektive in den Blick nehmen. Also für die einzelnen Menschen ist das natürlich total hart, wenn sie jetzt ihre berufliche Existenz verlieren und wenn sie auch ihre beruflichen Netzwerke verlieren, beziehungsweise diese Netzwerke mit einmal nichts mehr wert sind, weil man in diesen Strukturen nichts mehr verdienen kann. Aber das hat ja, wie gesagt, auch eine gesellschaftliche Perspektive, wenn einfach zum Beispiel Clowns, ja, um mal ein Beispiel wirklich rauszukommen. Ich sprach gestern mit meiner Nachbarin, ja, die ist Ärztin hier im Klinikum um die Ecke und die hat im Freundeskreis einen Clown, ja, der besucht halt Krankenhäuser und beglückt Kinder, Patienten, ja, kleine Patienten. Und der sagt halt einfach, ich stehe vor dem Nichts, ja. Also er hatte das ganze Jahr irgendwie durchgebucht, Clown-Engagements in Kliniken in Berlin und anderswo. Und der steht vor dem Nichts, diese ganzen Engagements sind gecancelt. Das heißt also, dieser Clown wird jetzt irgendwas anderes machen müssen. Und damit fällt ein Stückchen, in Anführungsstrichen, Clowns-Kultur weg. Und das gilt natürlich in allen möglichen kulturellen Bereichen. Ob das jetzt irgendwie Sängerinnen sind, ob das jetzt Musiker sind, ob das jetzt freie Grafiker sind oder was weiß ich. Also ganz viele, wie du sagst, Philipp, Solo-Selbstständige müssen sich jetzt was anderes überlegen. Ihre Netzwerke brechen weg, ihre beruflichen Erfahrungen sind mit einmal entwertet. Und ich finde, das kann irgendwie auch nicht sein. Ich finde, dass dieses Bild, ja, dass da die Politik malt, ja, also quasi in Anführungsstrichen wertvolle Berufe, wertvolle Businesses, die uns rettungswürdig erscheinen, sind nur die berühmten kleinen und mittleren Unternehmen oder die Großunternehmen. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Ich finde, das ist einfach ein totales Retro-Bild. Denn eigentlich wollten wir doch das, was man in den 90ern mal so schön als Ich-AGs bezeichnet. Wir wollten doch, dass die Menschen sich selbstständig machen, dass sie sich einen Betrieb aufbauen, dass sie sich ein Business aufbauen. Und jetzt mit einmal in der Krise, ist uns das alles egal? Ja, da gebe ich dir recht. Ich will das aber ergänzen. Nicht nur Unternehmen sind sozusagen die Guten und Rettungswürdigen, sondern auch, ich finde, was sich ändern muss in der Politik, ist der Blick auf die Arbeitsverhältnisse. Also Angestellte sind im Bild der Politik, das sind so Real Jobs. Also die können Kurzarbeit gehen und es ist jetzt auch kein Spaß, aber du wirst nicht entlassen und stehst nicht vor dem Nichts. So Beamte und so, das ist ja nochmal was Spezielles. Aber du bist einfach als freier Unternehmer, Unternehmerin oder Soloselbstständige offensichtlich, gemessen an dem, was die Politik jetzt tut beziehungsweise nicht tut, bist du so ein bisschen, fällst du da durchs Rost. Das ist irgendwie was, was jetzt, ja, ist ja ärgerlich, aber Kurzarbeit für Soloselbstständige oder da ein System einbauen, wo auch Soloselbstständige Kurzarbeit beantragen können. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Philipp, das finde ich auch ganz irritierend, dass diese Menschen, die sich da selber was aufgebaut haben, dass die mit einmal der Politik wieder egal sind, nachdem ja nicht zuletzt die Ideologie hinter den Hartz-IV-Gesetzen war, dass doch jeder irgendwie was reißen kann. Also irritierend, gut. Aber wir kommen zu unserem nächsten Thema, das ist nämlich nicht minder irritierend, denn ein berühmter oder jedenfalls halbwegs bekannter Parlamentarier der Christlich-Demokratischen Union, Philipp Amthor, der hat sich da auch was aufgebaut, nämlich ein außerordentlich heikles Netzwerk politischer und wirtschaftlicher Kontakte. Ja, das hat der Spiegel in dieser Woche aufgedeckt. Da geht es einem um Philipp Amthor, 27, sein Moneyquote ist immer, konservative Politik beginnt damit, dass man sich anständig benimmt. Ach, guck an. Deswegen trägt er Seitenscheitel. Ja, aber in anderen Bereichen seines segensreichen Wirkens kann man sich die Frage stellen, ob das auch dort gilt mit der Anständigkeit. Denn Philipp Amthor, MDB, hat auf seinem Briefpapier als Bundestagsabgeordneter nach Spiegelrecherchen ein Werbeschreiben an den Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, verfasst. Und zwar für eine Firma namens Augustus Intelligence. Augustus schreibt sich Augustus, ist aber eine amerikanische Firma. Also Augustus Intelligence. Und für diese Firma hat er geworben. Und dafür, Fragezeichen, ob das direkt eine Gegenleistung war, weiß man nicht, jedenfalls Aktienoptionen und einen Direktorenposten bei Augustus Intelligence erhalten. Ja, also Aktienoptionen heißt, du hast also, du kriegst nicht Aktien, sondern du kriegst das Recht, Aktien zu kaufen. Zu einem bestimmten Preis. Genau. Also wenn er die Aktienoptionen auf 10 Euro hat und irgendwann sind die Aktien bei 100 Euro, dann hat er halt das Recht, für 10 Euro Aktien zu kaufen und kann sie halt sofort für 100 Euro verkaufen. Macht also ein richtig dickes Geschäft. Wobei man in der Praxis dann die Optionen direkt handelt. Wenn man verkauft, dann die Optionen für 90 Euro. Aber egal. Jedenfalls im Grundsatz verbriefen diese Optionen dann also einen ganz erheblichen Wert. Und Philipp, wer ist denn jetzt eigentlich Augustus Intelligence? Nie gehört. Was ist das für eine Bude? Also ich bin immer geneigt, sie Orgasmus Intelligence auszusprechen. Weil die Leute so wahnsinnig Kasse machen. Weil es ist, also es haben jetzt verschiedene Kollegen auch versucht, da was rauszukriegen. Es ist und bleibt eine undurchsichtige Firma. Man weiß, sie sitzt halt in New York City, hat auf jeden Fall dort einen Sitz. Kollegen waren da und waren auch im, hier weiß das World Trade One. One World Trade Center. Genau. Das ist der große Turm, der jetzt auf dem Grundstück errichtet worden ist, wo früher die Doppeltürme standen. Und da war wohl kein jemand anzutreffen. Also das ist eine Firma, die zumindest auf der Webseite sagt, sie sei in künstlicher Intelligenz unterwegs und hätte da ganz tolle Ideen und kompetente Köpfe. Viel mehr weiß man eigentlich nicht, ist im Steuerparadies Delaware gegründet worden, hat, das ist sicher, viele prominente Unionsgrößen um sich gescharrt, die irgendwie da mitmischen. Genau weiß man das nicht. Karl Theodor Zulu-Gutenberg, CSU-Mitglied, soll Teilhaber sein und war wohl mal als Direktor auf der Webseite genannt. Der Spiegel sagt, es ist so. Noch weiß man nicht genau, es gibt auch ein paar, würde ich sagen mal nennen, helfende Freunde, die sich so um diese Firma gescharrt haben. Und zwar aus dem Geheimdienstbereich. Also die ganz windigen Leute sind da am Start. Unter anderem der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Das ist der Mann mit den deutlich rechten Tendenzen, der inzwischen aus dem Amt gekegelt wurde, weil er irgendwann überhaupt nicht mehr tragbar war. Insbesondere, weil er auf dem rechten Auge so blind war. Und dann der ehemalige BND-Chef August Hanning. Auch ein, man kann sicher sagen, Law-and-Order-Mann. Das heißt also, Leute aus dem ganz rechten Rand der Union sind da irgendwie ganz dicke mit dabei. Was die da genau machen, weiß niemand bisher. Weiß niemand. Die Zeit, glaube ich, hat Hanning gefragt, was machen sie denn da? Und er so, ja, so richtig viel ist das auch nicht. Und ich weiß, also das war so ein bisschen so, er wusste es nicht oder selber nicht oder wollte es nicht sagen, was er da macht. Also es geht, also mal ganz ehrlich, das ist jetzt, das muss man fairerweise, glaube ich, zur Einordnung ergänzen. Das ist jetzt auch nicht völlig ungewöhnlich, dass Menschen mit einem Hintergrund in der Politik oder mit höheren Jobs in der Verwaltung hinterher bei Filmen angedockt werden und man eigentlich nicht so richtig weiß, was sie tun, wo sie eigentlich keine richtige Aufgabe haben. Denn ihre Aufgabe ist dann im Wesentlichen Kontakte herstellen. Die haben halt einfach über die Jahre eine riesige Sammlung von Leuten, mit denen sie mal gesprochen haben, von denen sie die Handynummern haben, von denen sie im Zweifel auch so ein bisschen Dirt im Hinterkopf haben. Ja, Affäre hier, Schwarzgeld da und mit denen sie dann auf diese Art und Weise ganz informell irgendwelche Kontakte erstellen können. Also darum geht es typischerweise. Wir können das jetzt nicht behaupten, dass es bei Hans-Georg Maaßen und August Hanning so läuft, aber das wäre, oder Karl Theodor zu Guttenberg, aber das wäre naheliegend, dass die deswegen auch nicht so richtig sagen, was sie tun, weil sie im Wesentlichen für diese Firma Kontakte knüpfen. Was auch nicht per se verwerflich. Was nicht per se verwerflich ist, problematischer allerdings könnte sein, diese Form von Kontakten, die jetzt Philipp Amthor geknüpft hat, denn der hat eben Treffen vermittelt mit unter anderem Verkehrsminister Andreas Scheuer. Genau, also es war so, dass er halt diesen Brief geschrieben hat an Altmaier und für diese Firma geworben hat, wo er Direktor war und Aktienoptionen hatte und Altmaier hat sich selber nicht mit der Firmenvertreter getroffen, sondern hat seinen Staatssekretärin Hürth vorgeschickt im Wirtschaftsministerium. Da hat es zwei Treffen gegeben. Hirte. Hirte heißt der, genau. Der ist für Digitales da zuständig. Hirte wie Herde. Und Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, der hat sich persönlich mit Firmenvertretern getroffen. Das hat das Ministerium auch mittlerweile bestätigt. Und als Folge oder sagen wir mal zeitlich danach, nach diesem Treffen, gab es wohl auch ein Treffen mit anderen Wirtschaftsgrößen, organisiert wohl vom Ministerium, wo auch Augustus Intelligence Vertreter dabei waren, wo es um die große KI-Strategie ging und, und, und. Und da muss man einfach sagen, diese Firma Augustus Intelligence war da gerade gegründet worden. Das war ein unbekanntes Startup. Und diesen Zugang zu kriegen für ein völlig unbekanntes Unternehmen, ein Treffen mit einem Minister, eingeladen zu werden in diese Runde mit Industriegrößen. Ein Treffen zu kriegen, zweimal mit dem Staatssekretär zuständig für Digitales beim deutschen Wirtschaftsministerium. Genau. Als amerikanisches Unternehmen. Das muss ich mal rausnehmen. Mit deutschen, also mit deutschen, also die beiden, die das machen, sind glaube ich deutsche, die Geschäftsführer da oder so sind deutsche. Gut, aber sie sitzen halt in New York und sie haben keinen erkennbaren Geschäftsbetrieb. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich. Mal ganz ehrlich, davon können die meisten Startups nur träumen, mal eben kurz auf dem Sofa im Ministerium für ihre Produkte oder für sonst was werben zu können. Das ist außerordentlich heikel. Mit anderen Worten, Philipp Amthor hat dieser Firma mindestens zwei große Gefahren getan, nämlich diese Treffen einzufädeln. Und er hat offenbar von der Firma durchaus Gegenleistung bezogen. Also zumindest klar ist, er hat diese Aktienoptionen bekommen, die ja einen finanziellen Wert haben können, je nachdem, wie sich die Aktien entwickeln. Und er hat einen Job bekommen, nämlich diesen Titel Direktor. Und deswegen unter anderem ermittelt jetzt auch die Bundestagsverwaltung, geht es um Fragen, wer Amthors Reisen nach New York samt Champagnerparty und einer Reise nach Korsika und ins Nobelbergdorf St. Noriz bezahlt hat. Da war er auch mit Augustus Intelligence. Die Frage ist, wer hat das bezahlt? Das sind also diese offenen Fragen. Amthor hat gesagt relativ schnell, es war ein Fehler. Aber er sagt, ich bin nicht käuflich. Er sagt, er habe diese Aktienoptionen zurückgegeben und er sei kein Direktor mehr bei dieser Firma. Jetzt hat der Spiegel auch noch geschrieben, dass Amthor auch eine Tätigkeit für eine große Wirtschaftskanzlei ruhen lässt, um sich politisch nicht noch angreifbarer zu machen, sagt Amthor. Der Bundestagsverwaltung hatte er das angezeigt, dass er als freier Mitarbeiter, wie es hieß, der Kanzlei White & Case zwischen 1.000 und 3.500 Euro im Monat erhalten hat. Und er sagt, der Spiegel, es gibt eine Verbindung zwischen White & Case und dem US-Unternehmen Augustus Intelligence, dass seit der Spiegel liegen Firmenunterlagen von Augustus nahe, die dem Spiegel vorliegen. Genau, und deswegen gibt es die Besorgnis, dass diese Tätigkeit für White & Case eigentlich mittelbare Zahlungen von Augustus Intelligence sind. Also die Kanzlei könnte ja zum Beispiel einfach dann ein paar Stunden billen, wie das so schön heißt. Also könnte Augustus Intelligence ihrer Mandantin Stunden in Rechnung stellen und die Kohle, die dabei anfällt, bei der Kanzlei an Philipp Amthor weiterleiten. Dann wäre es eine verdeckte Zahlung von Augustus Intelligence an Philipp Amthor. Ob das so läuft, können wir nicht sagen. Aber das ist der Verdacht, der dahinter steht. Und denn warum sollte sonst White & Case Philipp Amthor beschäftigen? Er hat also Fehler eingeräumt, Posten angeblich zurückgegeben, Aktienoptionen angeblich zurückgegeben. Aber Vorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern will er trotzdem noch werden. Da will er sich vom Vorsitz des Landesverbandes zum Vorsitzenden erstmal küren lassen. Und damit hätte er dann natürlich auch direkten Zugriff auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres. Mit anderen Worten, Philipp Amthor ist weiterhin klar auf einer Siegerstraße, jedenfalls innerhalb der Union. Für seinen Ruf in der Bevölkerung war das allerdings nicht gut. Über 70 Prozent fordern in aktuellen Umfragen, dass er selbstverständlich nicht mehr kandidieren darf für den Landesvorsitzenden. Halten ihn da jetzt für charakterlich ungeeignet. So sinngemäß war, glaube ich, die Frage in der Umfrage. Philipp, wie bewerten wir denn das Ganze? Also ich finde positiv, muss man sagen, er hat jetzt nicht sehr lange rumdiskutiert, sondern er hat eingeräumt, dass das ein Fehler war. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so wahnsinnig viel Reue erkennen kann, aber er hat jedenfalls quasi wörtlich gesagt, das war ein Fehler. Und er hat diese Zusammenarbeit mit Augustus Intelligence jetzt offenbar aufgegeben. Das muss man, glaube ich, auf der Haben-Seite verbuchen. Ah ja. Jetzt war das wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich zu bestreiten. Das stimmt. Also da gab es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel rumzudiskutieren. Also ich will mal die Gedanken skizzieren, die ich auf der Haben-Seite für Amthor vermerken wollen würde und wo ich für ein bisschen milde für ihn plädieren würde. Zu dem Rest kommen wir gleich. Mir ist ja Fehlerkultur immer wichtig. Und ich finde, Menschen machen Fehler. Wir alle machen Fehler andauernd. Und ich finde es wichtig, eine Fehlerkultur zu etablieren, wo es okay ist, Fehler zuzugeben und wo man dafür nicht gesteinigt wird und wo wir einen vernünftigen Umgang damit finden. Das machen wir in der Lage ja auch. Ständig. Also wir sagen ständig, wir haben uns hier und da vertan. Versuchen, das richtig zu stellen. Und das ist auch unsere Erfahrung, dass das Feedback unserer HörerInnen ja sehr gut ist. Also ich glaube, als einer der zentralen Punkte der Lage wird nicht gesehen, dass wir fehlerfrei sind, sondern dass wir mit gemachten Fehlern offen umgehen. Das finde ich erst mal wichtig. Und dafür ist dieses Zeichen, ich habe einen Fehler gemacht, gut. Fehler zuzugeben ist aber nur ein Schritt. Ich finde, man steht dann eben in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass bei mir selber dieser Fehler nicht passiert und dass man vielleicht auch was dafür tut, dass diese Fehler insgesamt nicht wieder passieren. Und ich würde deswegen bei ihm und gerade bei ihm die Pflicht sehen, A, alles aufzuklären. Also wirklich das, was er weiß, auf den Tisch zu legen und jetzt nicht zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, sondern diese ganzen offenen Fragen, die es da noch gibt, aufzuklären. Und B, selber daran mitzuwirken, aktiv, dass eben strukturell sich was ändert. Dass wir mehr Transparenz im Bundestag bekommen, dass wir ein Lobbyregister bekommen. Das, finde ich, wäre die Verantwortung, die ihm aufgrund seines Fehlers zukommt. Das wäre dann im Grunde so eine Art tätige Reue. Also er würde, also im konkreten Fall kann man das ja irgendwie nicht wieder gut machen, diese Gespräche haben halt stattgefunden. Aber er könnte versuchen, quasi ein Klima zu schaffen, ein politisches Klima, wo so etwas eben nicht mehr vorkommt oder jedenfalls deutlich schwerer wird. Philipp, welche Rolle könnte denn da eigentlich ein sogenanntes Lobbyregister spielen? Das ist ja ein Schlagwort, das schon länger in der Diskussion ist. Was soll das eigentlich sein und was soll das bringen? Also Lobbycontrol ist ein Verein, der sich mit diesen Fragen schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Und der hat sich dieses Lobbyregister schon als Forderung vor vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Und die skizzieren halt auf ihrer Webseite. Sechs Forderungen sind es, glaube ich. Also es muss ein wasserdichtes Lobbyregister geben, fordern sie. Es muss auf gesetzlicher Grundlage stehen und Lobbyarbeit klar definieren. Also was ist eigentlich Lobbyarbeit? Es muss Lobbyarbeit gegenüber dem Bundestag und der Bundesregierung erfassen. Also auch wenn sich Minister, Ministerinnen treffen und wenn sich Abgeordnete treffen, dann muss das von diesem Register erfasst werden. Es muss alle Lobbyakteure umfassen, also Verbände, Unternehmen, NGOs, Gewerkschaften, Agenturen, Stiftungen, Anwaltskanzleien und so weiter und so fort. Also alles Lobbyisten, die irgendwie tätig sind, damit sie für ihren Bereich was bewirken. Es muss möglichst aktuell sichtbar sein, wer von wem für Lobbyarbeit beauftragt wurde und welches Budget dabei eingesetzt wird. Und es muss klare Regeln für die Lobbyarbeit und Sanktionen bei Regelverstößen festgelegt werden. Außerdem müssen Lobbyakteure angeben, zu welchen Gesetzen, Verfahren und Entscheidungen sie Lobbyarbeit betreiben. Also der Grundgedanke ist, dass du da einfach eine Webseite hast, wo du reingucken kannst und dann vielleicht den Namen von Amthor eingeben kannst und dort siehst, aha, der hat sich getroffen am, der wurde beauftragt von, für diese Sache, also ein Bundestagsbeauftragter kann sich wahrscheinlich nicht beauftragen lassen, ein Bundestagsabgeordneter kann sich nicht beauftragen lassen. Aber dass du dort reingucken kannst, okay, was weiß ich, der Mensch von der Stiftung XY, was macht der eigentlich? Aha, er bekommt so und so viel Geld von der und der Agentur, um sich für diese und jene Sachen einsetzen zu lassen. Und er hat sich dann und dann mit dem und dem und der und der getroffen. Also, dass du Transparenz reinkriegst, wer eigentlich welche Interessen mit welchem Geld verfolgt. Ja, und das ist, denke ich, eine ganz zentrale Frage. Wir versuchen das ja schon seit Jahren irgendwie über die Angabe von Einnahmen aus Nebentätigkeiten so ein bisschen hinzubekommen, dass man möglichst irgendwie schaut, wo verdienen die Leute sonst noch Geld? Ja, wenn ein Mitglied, um ein Beispiel zu bilden, in dem Amthor mit seinen 1.000 bis 3.500 Euro. Bei White & Case. Ja, wobei da, das ist zwar eine Nebentätigkeit, aber da weiß man ja zunächst mal noch nicht, welche Interessen er verfolgt. Das Beispiel, das ich gerade bilden wollte, war, hatten wir auch in der Lage vor ein paar Monaten mal, Mitglied im Agrarausschuss, der zugleich aber mit, also ein MdB, Mitglied im Agrarausschuss, zuständig unter anderem für alle möglichen Düngemittelrichtlinien, Nitrateintrag und so, der aber zugleich noch in irgendeinem, sag ich jetzt mal, Lobbyverband, der chemischen Industrie sitzt. Oder bei den Düngemittelhändlern, die Geld damit verdienen, möglichst viel Düngemittel zu verkaufen. Da kann man dann sofort sehen, das ist ein Problem. Also wenn der natürlich Geld damit verdient, dass möglichst viel Düngemittel verkauft werden, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass der im Agrarausschuss sich dieses Ziel auch zu eigen macht. Also ich glaube, das ist tatsächlich die Idee, einfach mehr Transparenz. Die Vorschriften über Nebentätigkeiten und deren Angaben erlauben eben noch keinen umfassenden Blick darauf, wer redet mit wem, wer hat welche Kontakte, wer ist im Grunde vielleicht Interessenvertreter für bestimmte Partikularinteressen im Bundestag. Insofern finde ich persönlich diese Idee des Lobbyregisters eine sehr gute Idee. Auf europäischer Ebene gibt es das ja schon sehr weitgehend, jedenfalls für Treffen. Und in Deutschland wird es immer wieder versucht, über zum Beispiel Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz immerhin mit so Tagesordnungen und Teilnehmerlisten zu bekommen. Dass man also sieht, ah, da gab es ein Treffen der Bundeskanzlerin zum Beispiel mit irgendwelchen Industrievertretern. Wer war denn da dabei? Welche CEOs, welche Vorstandsvorsitzenden durften da mit Angela Merkel reden? Das versucht man über Informationsfreiheitsanfragen und sowas könnte man eben für den Bundestag versuchen proaktiv veröffentlichen zu lassen. Also nicht Pull, sondern Push. Nicht Pull, sondern Push. Dass du nicht dran ziehen musst, damit da was rauskommt, sondern damit die Institution das Einzelne rauskommt. Aber was mich mal interessieren würde, angenommen es gäbe so ein Lobbyregister, was hätte das jetzt im Fall Amthor? Naja, im Fall Amthor hätte er möglicherweise zumindest seine Kontakte offenlegen müssen. Also zum einen die Kontakte mit Vertretern von Augustus Intelligence. Das wäre ja schon mal spannend gewesen. Welche E-Mails wurden da geschrieben? Welche Telefongespräche wurden da geführt? Und man müsste sich natürlich die Frage stellen, was ist dann tatsächlich offenlegungspflichtig? Genau, das wollte ich gerade sagen, weil der Lobbyregister verlangt jetzt so, wie das von solchen Aktivistinnen hier gefordert wird, nicht, dass da E-Mails offengelegt werden. Aber vielleicht mit wem man mailt. Keine Ahnung. Das sind die Fragen. Also ich muss gestehen, ich bin jetzt kein Experte für Lobbyregister. Du hast es ja auch recherchiert, was da eigentlich der Inhalt dieses Lobbyregisters sein soll. Insofern kann ich dir nicht genau sagen, was das umfassen soll im Fall Amthor. Möglicherweise ist es im Fall Amthor, es ist da auch so, dass die bestehenden Regelungen sogar schon ausreichend gewesen wären und er gegen die schon verstoßen hat. Das ist natürlich noch nicht klar. Also da kommen wir jetzt ein bisschen zur rechtlichen Perspektive. Also wir haben gesagt, er könnte sich für mehr Kontrolle und Transparenz einsetzen, unabhängig davon, ob das im konkreten Fall was gebracht hätte. Klar ist aber, dass jetzt Strafanzeigen auf dem Tisch liegen und zwar wegen eines möglichen Verstoßes gegen Paragraf 108e des Strafgesetzbuchs. Eine Vorschrift, die da offiziell lautet Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Landläufig gerne auch genannt Abgeordnetenbestechung. Und diese Norm stellt unter Strafe, zitiere mal auszugsweise, worauf es ankommt, wer einen ungerechtfertigten Vorteil für sich als Gegenleistung dafür annimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse. Ungerechtfertigten Vorteil muss man annehmen als Gegenleistung, also wirklich der eine macht um des anderen Willen, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse. Also Handlung im Auftrag ist ein ziemlich klarer Fall. Der Spiegel hat recherchiert, dieser Brief an die Minister, der auf dem Bundestagsbriefkopf, also quasi in der Funktion als Bundestagsabgeordneter geschrieben wurde, wurde so jedenfalls behauptet, dass der Spiegel im Grunde von Augustus Intelligence entworfen und an Amthorff geliefert. Ist das so? Sagt der Spiegel. Wirklich so? Also meiner Meinung nach haben die nur geschrieben, kursierte dort vorher. Naja gut, ich meine mal ganz ehrlich, wenn der Brief da hingeht, dann wird es ja irgendwie Feedback gegeben haben. Also ich, also kann man den. Aber das ist halt, genau, aber das wäre eine Frage, die geklärt werden müsste. Genau, das wäre eine Frage, die geklärt werden müsste. Das ist aber, hier sagen wir mal so, wenn man diesen Spiegelartikel liest, entsteht der Eindruck, dass dieser Brief jetzt in irgendeiner Art und Weise abgestimmt wurde mit Augustus Intelligence. Und ob das jetzt in der Mail passiert ist, per Telefonanruf oder so, weiß man nicht. Jedenfalls, und es würde ja auch schon reichen, eine Handlung im Auftrag. Also ob der Brief jetzt wirklich im Detail nach New York gemailt wurde, ist gar nicht die erscheinende Frage. Es reicht ja, wenn im Kern das ein Auftrag war von Augustus. Mach doch mal einen Kontakt mit Altmaier. Das würde ja im Grunde schon reichen. Und dann ist nämlich die spannende Frage, ob es sich dann bei diesen Gegenleistungen, die da offenbar geflossen sind, Direktoren, Posten, Aktienoptionen, ob es sich dabei um einen ungerechtfertigten Vorteil handelt. Und da sagt das Gesetz, ein ungerechtfertigter Vorteil liegt insbesondere nicht vor, wenn die Annahme des Vorteils im Einklang mit den für die Rechtsstellung des Mitglieds des Bundestages maßgeblichen Vorschriften steht. Auf Deutsch, die Abgeordnetenbestechung liegt nicht vor, wenn die Annahme dieses Vorteils in Einklang zu bringen ist mit dem Abgeordnetengesetz. Und deswegen ist das Abgeordnetengesetz jetzt die spannende Frage. Und da ist die Bundestagsverwaltung dran. Das können wir heute noch nicht sagen, ob das Abgeordnetengesetz die Annahme dieser beiden Gegenleistungen, möglichen Gegenleistungen verboten hat oder nicht. Da ist die Bundestagsverwaltung dran. Jedenfalls wäre es illegal, die anzunehmen und nicht anzuzeigen. Denn diese Aktienoptionen haben ja möglicherweise einen großen Wert. Da gibt es das Argument, die Optionen alleine sind kein geldwerter Vorteil, solange sie nicht wahrgenommen werden. Das war die Argumentation. Das halte ich nicht für stichhaltig, denn die Optionen kann man ja jederzeit wahrnehmen. Genauso wie Aktien ja auch ein geldwerter Vorteil sind, weil man sie jederzeit verkaufen kann. Genauso kann man Optionen handeln. Also dieses Argument ist Unsinn. Aber das war das, was angeführt wurde in der Debatte, so was zumindest fraglich war oder geprüft wird, so das Argument war, es war ja eine Option. Ja, das ist Unsinn. Es sei denn, die valutieren nicht. Also die Frage ist natürlich, haben die einen inneren Wert, diese Optionen, weil der Aktienkurs tatsächlich höher ist als der Handelskurs, zu dem man nach diesen Optionen kaufen kann. Klar, das ist nämlich mal die Frage, haben die einen inneren Wert oder sind die gerade wertlos? Wenn der Kurs bei 5 Dollar stünde, jetzt mal hypothetisch, und die Option einen Kauf für 10 Dollar verbrieft, dann ist sie natürlich null. Ich finde das auch schwach, weil dann könntest du die Leute ja mit Aktienoptionen zuschütten. Das macht jedes Startup von Anfang an. Nein, nein, da brauchen wir nicht drüber reden, Philipp. Das ist eine Nebelkerze, es sei denn, die valutierten nicht. Also das ist natürlich schon die Frage, wie waren die Aktienkurse und so. Okay, aber da müssen wir, glaube ich, nicht vertieft einsteigen, können wir auch gar nicht mit unseren beschränkten Mitteln. Jedenfalls ist deswegen so wichtig, diese Ermittlungen, die die Bundestagsverwaltung gerade anstellt, denn an diesem Abgeordnetengesetz hängt letztlich dran, ob er sich möglicherweise auch noch strafbar gemacht hat wegen Abgeordnetenbestechung. Wie gesagt, Strafanzeigen liegen vor und da müssen wir jetzt einfach abwarten, was diese Ermittlungen erstmal der Bundestagsverwaltung, aber dann auch der Staatsanwaltschaft ergeben. Klarer Fall, da bleiben ganz große Flecken auf der weißen Weste von Philipp Amthor. Er hat sich da in jungen Jahren schon ziemlich besudelt, muss man sagen, mit dem Ruch der Korruption. Wir können das jetzt noch nicht behaupten, dass er tatsächlich korrupt war, aber es hat alles ein enormes Geschmäckle, was da gelaufen ist und insofern würde ich auch sagen, Philipp, das Entscheidende ist jetzt, wie geht er damit um? Denn das hast du eben schon gesagt, Fehlerkultur, wir alle machen Fehler, wir machen in der Lage auch Fehler, das Entscheidende ist, Fehler zugeben, Fehler korrigieren und idealerweise versuchen, die Strukturen zu verbessern, damit solche Fehler nicht mehr passieren. Ja, und dann ist halt die Frage, ob du politisch dann noch quasi ein Amt verfolgen solltest wie Vorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, wobei er da ja nicht alleine beteiligt ist, da wäre es ja auch an der Partei zu sagen, hey, also meinst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das glaube ich, machen sie natürlich deshalb nicht in MV, weil sie natürlich personell nicht so irre bestückt sind und er zumindest lange ein Hoffnungsträger, ein junger Typ war, zackig in den Talkshows präsent und so, deswegen glaube ich, tun die sich schwer, aber das wäre sicherlich zu wünschen, dass man ihm zumindest mal eine Atempause gönnt, bis die Sache wirklich aufgeklärt ist. Also danach kann man dann ja wieder weitersehen, aber wenn er jetzt mithilft, da wirklich Licht in die Sache zu bringen und das aufzuklären, dann würde ich sagen, okay, dann möglicherweise lesson learned, dann kann man weiter. Vielleicht wird er jetzt ja tatsächlich zu einem ehrlichen Kämpfer für Transparenz und ganz ehrlich, das könnte die Union gebrauchen. Wir haben ein Thema, was einem so ein bisschen die Schuhe ausziehen kann. Ich schreibe jetzt hier gerade, Schuhe ausziehen ins Kapitel, das wollte ich jetzt nicht machen. Es geht im Kern um ein Gesetz, was sehr, sehr tief in unsere Privatsphäre eingreift und zwar recht unbemerkt. Und zwar ist ja das Problem oder der Umstand auch nicht mehr so furchtbar neu, dass wir unser Gehirn mehr oder weniger geklont, ausgelagert, wie auch immer, verlegt haben in die Cloud, in unsere ganzen Dienste, Smartphones etc. Die Daten bilden ja unser Gewissen ab und das, was wir planen und denken und so. Na, vor allem unsere Kontakte und unsere Kommunikation. Und es ist schon länger so, dass der Staat unter ganz bestimmten Umständen da natürlich ran will, sei es jetzt für Ermittlungen und alle möglichen anderen Fragen. Da ist natürlich viel Interessantes für einen Staat zu holen. Und der hat da bisher unterschiedliche Strategien verfolgt. Eine Strategie, die schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert wurde, war, wir brauchen sogenannte Backdoors. Also wir brauchen in der Software von diesen Cloud-Lösungen, von diesen ganzen Anbietern, brauchen wir ein Hintertürchen, für das nur der Staat den Schlüssel hat, dass wir dann bei Bedarf unter bestimmten Voraussetzungen da mal reingucken können und uns rausholen können, was uns interessiert. Wobei man sagen muss, in der deutschen rechtspolitischen Diskussion waren solche Backdoors ehrlich gesagt vergleichsweise irrelevant. Das war eher so die Kryptowars aus den 90er Jahren. In den USA war das mal ziemlich hip. Diese Backdoors sind eigentlich weitgehend vom Tisch, kommt immer mal wieder. Relevanter in der deutschen rechtspolitischen Diskussion war das staatliche Hacking. Also Staatstrojaner, dass der Staat Sicherheitslücken in Software ausnutzt, um sich in Handys reinzuhacken oder in irgendwelche anderen Datenspeicher reinzuhacken. Das ist das, wofür wir ja auch in der Strafprozessordnung seit 2017 eine Rechtsgrundlage haben im Bundeskriminalstandsgesetz sogar schon seit 2009. Also das ist so quasi Stand der Dinge in Deutschland gewesen. Und nun gibt es seit einigen Monaten eine Diskussion um ein neues Gesetzgebungsvorhaben, in dessen Überschrift was ganz anderes steht. In der Überschrift steht nämlich die Bekämpfung der Hasskriminalität. Und wir wollen aber jetzt dieses Gesetz, das wir auch in der Lage schon verschiedentlich besprochen haben, nicht nochmal komplett aufrollen. Das ist in dieser Woche beschlossen worden. Wir wollen uns konzentrieren heute tatsächlich auf diesen Aspekt, den Philipp gerade angesprochen hat, auf den Aspekt Zugriff auf die Cloud. Denn Philipp, da wird jetzt eine neue Strategie angewandt, nicht mehr reinhacken, sondern durch den Haupteingang. Genau, das ist alles viel zu komplex da mit Hintereingang und Trojaner und Hacken und so. Wir würden gerne einfach vorne durch den Haupteingang möglichst ohne zu fragen, vielleicht noch, aber möglichst ohne zu klingeln. Und das sieht nämlich jetzt so aus, dass dieses Gesetz, was jetzt vom Bundestag verabschiedet wurde, vorsieht, dass Ermittler an unsere Passwörter rankommen können. Genau, die Ermittler wollen die Zugangsdaten haben von allen Online-Konten, die wir so haben. Gmx, Apple, Google, alles. Alle Online-Konten sollen quasi zur Verfügung stehen für Strafverfolger. Man muss dazu fairerweise sagen, die Relevanz dieser Informationen kann natürlich total unterschiedlich sein. Also, das Passwort oder generell die Zugangsdaten für das Forum des Kleingartenvereins, easy. Zugangsdaten für das neue Forum der Lage der Nation, talklagenation.org. Ärgerlich. Ärgerlich, wenn sich da Leute beleidigt haben, wechselseitig. Und die Polizei will da mal reingucken, war dir das wirklich, ja. Wir rücken es nicht raus, aber wenn man da reinkommt, ist das jetzt kein Weltuntergang. Anders sieht das aus, mein iCloud-Konto. Da hast du nämlich im Zweifel dein iPhone-Backup drin, da hast du all deine Kontakte drin, da hast du die E-Mails drin, da sind deine Termine der letzten Jahre drin, du bist Journalist, da sind deine Top-Secret-Recherchen im Grunde möglicherweise im Kalender hinterlegt, vielleicht besser nicht. Ich schreibe das nicht da rein, ich schreibe es auf Papier. Aber gut, also grundsätzlich brauchen wir, glaube ich, nicht lange darüber nachzudenken, warum so ein iCloud-Konto zum Beispiel oder ein Google-Konto, wenn du jetzt ein Android-Gerät einsetzt oder auch, ganz egal, wenn man Google Mail nutzt und seit vielen Jahren irgendwie E-Mails auflaufen hat im Google-Konto, wenn darauf eine staatliche Stelle zugreift, dann muss man sagen, ist das quasi das Netzwerkkabel ins Gehirn. Das heißt, da geht unglaublich viel an Informationen, an intimsten Daten verloren, wenn die Behörden das können. Und deswegen war der Vorschlag, kam aus dem Justizministerium im Dezember. Wir haben das ausführlich diskutiert auf der Lage der Nation live, weiß ich noch, Lage live in Leipzig. Das war, glaube ich, so am 14. Dezember oder so, haben wir das Thema ausführlich diskutiert. Da gab es enorm viel Widerstand, weil das tatsächlich zu weit ging. Und deswegen gab es eigentlich so einen politischen Deal. Ja, die Herausgabe von Passwörtern soll grundsätzlich gehen, aber nur mit Richtervorbehalt zum einen und mit der sogenannten Eingriffsschwelle der Online-Durchsuchung. Das heißt also, da ist Justizministerin Christine Lambrecht zurückgerudert und hat gesagt, na okay, wenn das wirklich so schlimm alles ist, war ein Verdienst auch von Saskia Esken vor allem, ihr zu sagen, nee, Christine, so nicht. Ja, wenn das wirklich so ein schwerer Zugriff ist, dann wenden wir eben die Voraussetzung der Online-Durchsuchung ein. Schwere Straftaten. Genau, die Online-Durchsuchung ist in Paragraph 100b der Strafprozessordnung geregelt. Da gibt es einen langen Katalog, welche schweren Straftaten Ermittler grundsätzlich berechtigen, natürlich mit richterlicher Anordnung, eine Online-Durchsuchung durchzuführen, also einen Trojaner einzusetzen. Und dieser Katalog sollte quasi auch angewendet werden auf Fälle der Passwortabfrage, was total Sinn macht, weil wir gerade schon geschildert haben, es ist im Grunde wurscht, ob du einen Trojaner ansetzt oder das Passwort dir geben lässt von dem Betreiber des Dienstes. Jedenfalls kann man enorm viele Daten abgreifen. Und der Bundestag hat das Gesetz jetzt beschlossen, aber hat bei diesem Deal geschummelt. Wobei der Vorschlag dazu aus dem Justizministerium kommt. Das ist nicht die Idee der Bundestagsabgeordneten. Sondern der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, ein Schummelgesetz, was aus dem Justizministerium so kam. Und man braucht für diese Datenabfrage nämlich zwei Gesetze, sogenanntes Doppeltürprinzip. Das eine Gesetz ist für die Abfrage der Daten. Also Polizei möchte haben oder Staatsanwaltschaft. Und das andere Gesetz regelt das Rausgeben der Daten. Also betrifft die Firmen, die diese Passwörter haben, die den Cloud-Dienst betreiben. Das soll regeln, unter welchen Bedingungen können die diese Daten, die Passwörter in dem Fall rausgeben. Genau, also dieses Doppeltürprinzip, dass man auf beiden Seiten der Übermittlung ein Gesetz braucht, hat das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren mal erfunden. Und das dient im Grunde der Normenklarheit. Also man soll eigene Gesetze haben für das Abfragen und für das Schicken, damit man genau sehen kann, was darf denn jetzt eigentlich übermittelt werden. Und das erste Gesetz ist in diesem Fall die Strafprozessordnung. Und die erlaubt quasi Richtern die Rausgabe von Passwörtern anzuordnen. Genau, das ist geregelt in § 100j der Strafprozessordnung neuer Fassung, die sogenannte Bestandsdatenabfrage. Wobei man sagen muss, Richter steht hier so, bei uns im Pad ist auch nur die halbe Wahrheit. Es gibt nämlich bizarrerweise da eine Regelung, die es auch erlaubt, sogar ohne richterliche Genehmigung Daten abzufragen. Und zwar dann, wenn der Mensch, um den es geht, damit rechnen muss, dass diese Daten möglicherweise abgefragt werden. Also, es heißt hier nämlich so schön, dieser Richtervorbehalt oder in Eilfällen Anordnung durch die Staatsanwaltschaft finden keine Anwendung, wenn die betroffene Person vom Auskunftsverlangen bereits Kenntnis hat oder haben muss. Das muss ich mal reintun. Also, es gibt noch nicht mal einen Richtervorbehalt, wenn man davon ausgeht, als Ermittler, na der rechnet doch damit, dass wir gern sein Passwort hätten. Vielleicht, weil man ihn mal gefragt hat. Oder warum auch immer. Oder weil der bei ihm mal durchsucht wurde. Was das konkret bedeutet, steht nirgendwo. Wenn man als Ermittler davon ausgeht, der denkt doch eh, dass wir sein Passwort gerne hätten, dann kann man auch ohne den Richter zu fragen, mal eben das Passwort abfragen. Und dann kommt das zweite Gesetz, was regelt, wie man das rausgeben kann. Und das ist das Telemediengesetz, erlaubt also quasi Telemedienprovidern, Web.de, Apple, Facebook etc., die Passwörter rauszugeben. Und das Versprechen war, dass die Weitergabe eben nur erlaubt ist, wenn diese hohen Hürden der Online-Durchsuchung eingehalten werden. Und zwar wäre das ja dann für beide Gesetze eigentlich nötig. Also sowohl die Richter müssen gucken, sind das hier schwere Tafdaten, darf ich das überhaupt anordnen, dass das rausgegeben wird. Und auch die Firmen müssen gucken, gibt es denn hier die hohe Hürde, sind das schwere Straftaten, dürfen wir das überhaupt rausgeben? So würde man denken. So würde man denken, genau. Aber der Trick der Justizministerin Landbrecht war jetzt, diese hohen Hürden, Online-Durchsuchung, schwere Straftaten, gelten nur für Telemediendienste. Also die Telemediendienste müssen prüfen, ob sich die Behörde, die die Daten haben will, auf eine Bestimmung beruft, die eine Abfrage wegen einer Straftat erlaubt, wo auch Trojaner zulässig werden. Also Facebook, Apple, Web.de, die kriegen eine Anfrage und müssen gucken, oh, handelt es sich da bei diesem Verdacht um eine schwere Straftat, bei der eine Online-Durchsuchung möglich wäre, so. Die Gerichte hingegen müssen diese Hürde nicht prüfen. Das ist der Hammer. Die Gerichte können die Herausgabe von Passwörtern bei geringsten Vergehen anordnen. Beleidigung. Beleidigung. Steht einfach nicht, überhaupt keine Hürde drin. Dieser Verweis auf die Voraussetzung der Online-Durchsuchung hat seinen Weg nicht in die Strafprozessordnung gefunden. Der Bundestag hat entsprechende Änderungsverlangen des Bundesrats, die der Bundesrat ausdrücklich formuliert hatte, nicht übernommen. Der Rechtsausschuss behauptet einfach, das wird schon gut gehen. Der Richter oder die Richterin muss zwar nicht prüfen, ob die Voraussetzungen einer Online-Durchsuchung vorliegen, sondern der kann wegen jedem Pipifax die Herausgabe von Passwörtern anordnen. Aber der Bundestag sagt, kein Problem, das werden ja Facebook und Google dann schon prüfen. Also in der Praxis könnte das dann so aussehen, Gericht ordnet halt Rausgabe von Facebook-Passwort, Google-Passwort an wegen irgendeiner Beleidigung. Facebook müsste dann theoretisch prüfen, ob diese Behörde auch sich auf eben diese Normen beruft, für die auch die Behörden der Online-Durchsuchung erfüllt sind. Und das heißt, der Schutz der Privatsphäre liegt bei diesen Firmen, nicht beim Gericht. Absurd. Ja, also finde den Fehler, kann man da nur sagen, was kann da schon schiefgehen. Und wie gesagt, diese Kritik daran, dass es doch absurd ist, dass die Voraussetzung auf den beiden Seiten des Doppeltürprinzips quasi nicht synchronisiert wurden. Die Kritik kam sogar vom Bundesrat. Das ist jetzt nicht irgendwie was, was wir uns ausgedacht haben, sondern da gab es Bundesratsbeschlüsse vom Rechtsausschuss des Bundestags, die auch das Plenum übernommen hat. Die Voraussetzungen in beiden Gesetzen müssen natürlich angeglichen werden. Selbstverständlich besteht sonst die Gefahr, dass Gerichte Beschlüsse erlassen, die die Provider eigentlich nicht umsetzen dürfen. Und da wissen wir aus allen Transparenzberichten von Providern, dass da alles Mögliche kommt. Also zum Beispiel der Berliner Provider Mailbox Org veröffentlicht, glaube ich, jedes Jahr so einen Bericht, was da so alles bei ihm ins Haus flattert an Datenabfragen. An Anfragen, genau. Und das ist also, vieles ist in Ordnung rechtlich, aber es ist eben auch einiges dabei, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Und das heißt also, und das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Also ich glaube, man kann jetzt nicht bei allen Providern damit rechnen, dass sie tatsächlich wie die Löwen kämpfen für ihre Kunden. Jetzt gibt es natürlich, also A, das Ding ist beschlossen. Vom Bundestag. Und muss der Bundesrat? Muss noch zustimmen, ja, aber es ist kein Zustimmungsgesetz, ein Einspruchsgesetz. Also das heißt, der Bundesrat müsste Einspruch erheben, was aufgrund der Mehrheit dann nicht passieren wird oder zumindest sehr unwahrscheinlich ist. Das ist, also es muss man sehen, es ist ein echter Skandal, dass der Bundestag an dieser Stelle billigend in Kauf nimmt, dass in Zukunft wegen minimaler Straftaten, wenn es nur irgendwie einen richterlichen Beschluss gibt oder der nicht erforderlich ist, haben wir gerade gesagt, weil man denkt, die Leute müssen ja damit rechnen, ja, da die Daten, die Passwörter abgefragt werden für komplette Online-Identitäten. Das ist schon ein echter Hammer. Und der zweite Aspekt, der mir natürlich einfällt, ist solide Anbieter von diesen Diensten, von so Cloud-Diensten. Ich gebe da mein Passwort ein, aber die speichern das Passwort ja nicht im Klartext. Also die speichern ja idealerweise nicht meine Zahlen-Ziffern-Kombination und können dann drauf gucken in ihrer Datenbank und das an die Ermittler schicken, sondern die hashen das, salzen das eventuell noch. Also haben idealerweise selber keinen Zugriff auf den Klartext und wenn das irgendwie geliebt, der Passwörter und wenn ihre Datenbank explodiert und Hacker sich da reinhacken, dann sehen die halt nur diesen Krypto-Salat und diese Zahlenfolgen, die mit meinem Passwort nichts zu tun haben. Technisch ein bisschen kompliziert, funktioniert, aber eigentlich gilt das ja so ein bisschen als die Sweet Solution, um Passwörter sicher zu speichern für den Fall, dass sie abhanden kommen. Wie soll denn das jetzt gehen, wenn die Ermittler da anklopfen und die Cloud-Dienste sagen, ja, wir haben diese Passwörter hier gehasht, wir haben nur Krypto-Salat, können wir euch gerne geben, könnt ihr eh nichts mit anfangen. Ja, da ist es eben genau der Punkt, da gab es erst eine Diskussion darüber, ob die Provider jetzt möglicherweise Passwörter wieder im Klartext speichern müssen. Das immerhin wurde klargestellt, das ist nicht erforderlich. Also diese Hashing, dieses Hashing, was heute eben Stand der Technik ist, das können die Provider auch weiter anwenden, aber sie müssen dann diese Hashes rausgeben. Und man kann zwar, deswegen sagte ich eben, es ist keine Verschlüsselung, man kann aus den Hashes nicht direkt wieder auf die Passwörter schließen, aber man kann halt einfach computergesteuert ganz viele Passwörter ausprobieren, die durch die Hash-Funktion laufen lassen und schauen, ob wieder derselbe Hash rauskommt. Also wenn ich das Passwort Coal habe und ich das durch diese Hash-Funktion laufen lasse, kommt immer der gleiche Hash raus. Genau, das ist die Idee dabei, das ist so eine Art Einbahnstraßenfunktion, ich lasse das Passwort durch die Hash-Funktion laufen, da kommt dann irgendein Zahlensalat raus und diesen Zahlensalat speichere ich beim Anlegen des Passworts in meiner Datenbank und wenn sich jetzt jemand anmelden will, nehme ich das Passwort, das er in die Website eingibt, lasse das durch dieselbe Funktion laufen, gucke, ob der Hash, der da rauspurzelt, ob der passt zu dem gespeicherten Hash in der Datenbank. Für die Nerds jetzt nochmal, wenn man das salzt, ist alles noch ein bisschen komplizierter, lassen wir jetzt mal weg. Ja, wir haben das nicht vergessen, aber ist im Prinzip egal. So, und das bedeutet, du kannst einfach, das nennt sich Brute-Force-Attacke, du kannst halt einfach beliebig viele Passwörter durch die Hash-Funktion laufen lassen und gucken, ob es passt. Und wenn die Provider jetzt die Hashes rausgeben müssen aus ihrer Datenbank, dann kann die Polizei einfach zu Amazon gehen, mietet sich da einen Monster-Server und lässt einfach Passwörter testweise durch den Monster-Server und die Hash-Funktion laufen, um zu gucken, ob der Hash passt. Das heißt also, dieses Hashing schützt nur dann, wenn die Passwörter so lang sind und so komplex, dass man sie sinnvoll nicht mehr knacken kann. Das heißt also, ultralange Passwörter. Das heißt, wenn man da irgendwie, wie du jetzt gerade sagst, ein vier Buchstaben-Passwort, das ist im Zweifel in einer Sekunde geknackt und ein zehn Buchstaben-Passwort in, keine Ahnung, hängt ein bisschen von der Server-Hardware ab, dann meinetwegen dann in fünf Stunden. Aber wenn du so einen Passwort-Manager nutzt, der dir irgendwelche mit groß-kleinen Sonderzeichen, 24 Zeichen, dann bist du vielleicht irgendwo im grünen Bereich. Das kann dir aber niemand sagen. Das kann dir niemand sagen, welche Server-Hardware da die Polizei draufwirft, um die Hashes wieder zu knacken. Das kannst du halt nicht wissen. Aber man muss es sehr deutlich sagen, das ist letztlich ein Detailproblem. Es ist schon mal gut, dass jetzt nicht das Hashing verboten wird, was ja zunächst mal eine Sorge war, als dieses Gesetz diskutiert wurde. Aber man muss einfach ganz klar sagen, es gibt keine sinnvollen rechtsstaatlichen Sicherungen. Wegen jeder beliebigen Straftat kann ein in Anführungsstrichen wild gewordener Strafverfolger in Zukunft deine komplette Online-Identität übernehmen, deine Apple-ID, deine Google-ID. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also das ist aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßig. Und da hat der Bundestag sehenden Auges in Kauf genommen, dass in Fällen Passwörter rausgegeben werden, wo das eigentlich nach der politischen Absicht der Justizministerin gar nicht sein sollte. Also das ist quasi, das ist das bewusste Spekulieren darauf, dass die Grenzen des Tele-Medien-Gesetzes nicht eingreifen werden. Aber technisch, also technisch, angenommen, du bist jetzt ein guter Cloud-Anbieter und du willst deine Kunden maximal schützen, dann ist es doch technisch möglich, die Passwörter zu haschen, zu salzen und ihnen lange Passwörter abzuverlangen. Dann ist es nicht unmöglich, aber die Hürde ist schon ziemlich hoch. Ja, aber das ist leider aus der Usability-Perspektive unmöglich, wenn du nämlich deinen Leuten abverlangst, die müssen 20 Buchstaben-Passwörter verwenden mit Sonderzeichen. Was glaubst du, was du dann für einen Support-Aufwand hast? Dann schreien die Leute nämlich alle, bei diesem Anbieter will ich nicht Kunde sein, da muss ich ja ein komplexes Passwort verwenden. Wie viele Leute setzen denn wirklich Passwort-Manager ein? Also das ist das große Problem. Man wird dann eben im Zweifel die wirklichen Profis nicht kriegen. Wirkliche Profis, die wissen, wir machen hier Schweinereien, die werden natürlich wirksame Passwörter verwenden, hoffentlich, oder auch nicht hoffentlich. Wir wollen ja auch nicht, dass sich die wirklichen Gangster schützen. Aber in Fällen, wo es wirklich um Gangster geht, ist diese Passwortabfrage ja vielleicht sinnvoll. Ja, also wenn man tatsächlich sagt ... Aber das ist dieses Problem. Du führst eine Maßnahme ein. Wenn sie funktioniert, fängst du Leute, die keine Ahnung haben, Amateure sind. Im Zweifel. Im Zweifel. Und für die soll die Maßnahme ja eigentlich nicht taugen, weil die Maßnahme ja bei schwerer Kriminalität eingesetzt werden soll. Also es passt nicht. Es passt nicht zusammen und ich finde das vor allem so unfassbar unseriös, ein Gesetz zu schreiben, von dem man ahnt, dass es nicht eingehalten werden wird. Das ist einfach nicht rechtsstaatlich. Und das ist jetzt nicht irgendwie unsere These, sondern wie gesagt, das ist die Sorge des Bundesrats. Das haben die Praktiker aus den Justizministerien, der 16 Bundesländer, Praktikerinnen gibt es sicher auch, die haben in dieses Dokument reingeschrieben, Leute, das funktioniert nicht. Die Provider werden das nicht beachten. Die werden halt Daten rausrücken, die sie nicht rausrücken dürfen. Und das hat den Bundestag nicht interessiert. Das finde ich schon hammerhart. Die Große Koalition plant nämlich noch eine andere kleine Schweinerei. Diese Schweinerei, von der wir gerade gesprochen haben, die ist da jetzt fast gesetzt, aber auf einem guten Weg dahin. Hier haben wir es mit einem Gesetzentwurf zu tun. Ja, vielleicht noch ein letzter Nachsatz zu dem Thema davor. Das Ganze steht im Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Hasskriminalität. Und damit hat es nun wirklich nichts zu tun. Zur Bekämpfung von Hasskriminalität braucht man in Zweifel keine Passwörter, denn da sieht man ja im Netz, was die Leute geschrieben haben. Egal. Ja, aber wir sind beim nächsten Thema, Philipp. Der Einsatz von Trojaner. Da hat Netzpolitik.org den Gesetzentwurf veröffentlicht, der den Trojaner-Einsatz nicht nur beim Bundeskriminalamt erlaubt, sondern wenn das so durchgeht, das ist immer das große Sternchen, wenn das so durchgeht und so beschlossen wird, dann dürfen nicht nur das Bundeskriminalamt den Trojaner einsetzen, sondern alle Geheimdienste in Deutschland. Alle 16 Inlandsgeheimdienste der Bundesländer, alle der Auslandsgeheimdienst BND und der militärische Abstellendienst MAD. Genau. Also um das einzuordnen, das Bundeskriminalamt darf das heute schon, seit 2009 übrigens. Und alle Polizeibehörden dürfen das auch im Strafverfahren. Und jetzt geht es aber darum, dass das auch noch die Geheimdienste dürfen sollen. Also Bundesamt für Verfassungsschutz, die 16 Inlandsgeheimdienste der Bundesländer, die sogenannten Landesämte für Verfassungsschutz, Auslandsgeheimdienst BND und Militärgeheimdienst MAD. Mit anderen Worten, Trojaner für alle. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Und das Problem dabei ist die Kontrolle der Geheimdienste. Wir haben, und das zweite Problem sind die großen Doppelzuständigkeiten. Fangen wir bei dem letzten Punkt an. Wir haben in Deutschland ja eh schon Doppelzuständigkeiten ohne Ende. Das führt dazu, viele Behörden können tätig werden. Polizei, Staatsanwaltschaft, alle möglichen Verfassungsschutzbehörden. Und wenn das Ding dann vor die Wand fährt, ist keiner schuld. Also du hast eine völlige Verwischung der Verantwortlichkeit. Genau. Schauen wir uns den Fall Breitscheidplatz an. Alle möglichen Behörden waren an dem späteren Attentäter Arnes Amri irgendwie dran. Der hatte irgendwie Stress wegen Drogendeals und wurde von Berliner Behörden beobachtet, wurde von Behörden aus NRW beobachtet. Alle möglichen Leute waren irgendwie an dem dran. Polizei, Verfassungsschutz. Und es war ein riesiges Chaos. Die standen sich alle auf den Füßen. Und dieses Chaos wird im Zweifel natürlich nochmal deutlich verschärft. Bislang haben wir eine klare Zuweisung Trojaner, BKA und Polizei. Und zwar BKA zur Terrorabwehr und Polizei im Strafverfahren bei schweren Straftaten. Hatten wir gerade online die Suchung Quellen TKÜ. Und das soll jetzt alles völlig aufgeweicht werden. Jetzt sollen noch alle möglichen anderen Verfassungsschutzbehörden Trojaner einsetzen dürfen. Mit anderen Worten, da werden wieder neue Doppelzuständigkeiten nicht etwa zurückgeführt, was eigentlich die Konsequenz aus dem Fall Amri sein müsste, Kompetenzen bündeln. Sondern es werden immer neue Doppelzuständigkeiten eingeführt. Und die Kontrolle, ob effektive Gefahrenabwehr betrieben wird, wird noch schwieriger. Und das zweite große Problem ist, Geheimdienste unterliegen keiner wirksamen Kontrolle. Hat gerade erst das Bundesverfassungsgericht geurteilt in einem Fall, den die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzende ich ja bin, nach Karlsruhe gebracht hat. Am 19. Mai war es, glaube ich, Urteilsverkündung im Fall BND-Gesetz. Langes Urteil, 140 Seiten. Aber ein Kernpunkt dieser Entscheidung ist, die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes, jedenfalls bei der strategischen Telekommunikationsüberwachung, ist komplett ineffektiv. So geht das nicht. Ein Schlag ins Gesicht der Verfassungsrichter allerdings ist es, wenn man jetzt sagt, BND besser kontrollieren. Nö, uns doch egal. Wir geben erst mal allen Diensten, unter anderem auch dem BND, den Staatstrojaner ohne wirksame Kontrolle. Denn genau die gibt es nicht, siehe Bundesverfassungsgericht. Und das betrifft jetzt den Bereich des Bundesnachrichtendienstes. Aber das gilt für die anderen Verfassungsschutzbehörden ganz genauso. Da gibt es insbesondere keinen Richtervorbehalt. Niemand prüft das so richtig. Die Verfassungsschutzbehörden lassen sich nur von dem jeweils zuständigen Innenministerium erlauben, Telefone abzuhören. Und in Zukunft sollen sie unter denselben Voraussetzungen einfach nur eine Behörde fragen müssen. Und dann können sie Trojaner einsetzen. Und da macht, das kann man nicht anders sagen, nicht nur die Union mit, die im Zweifel immer für mehr Sicherheit, in Anführungsstrichen, aka mehr Überwachung zu haben ist. Nein, da möchte anscheinend auch die SPD mitmachen. Und da kann man auch wirklich nur sagen, passt das noch in die Zeit? Ja, brauchen wir wirklich noch mehr Kompetenzen für Geheimdienste, wo wir quasi schwarz auf weiß sehen? Eigentlich in die andere Richtung schwimmen. Ja, wir müssen in die andere Richtung schwimmen. Wir haben schwarz auf weiß aus Karlsruhe bekommen, dass die Geheimdienste in Deutschland schlecht kontrolliert sind. Insbesondere der BND total schlecht kontrolliert ist. Und da soll er jetzt noch als Belohnung einen Staatsanleiter bekommen. Ich kann es nicht begreifen. Ja, plus vor allen Dingen, anderer Aspekt ist ja auch zum Beispiel noch diese ganze NSU-Ermittlung und die Rolle des hessischen Verfassungsschutzes und so. Also da sind ja an allen Ecken und Enden Kontrolldefizite, Sachen nicht rausgerückt worden und so. Also da wird, denke ich, klar, dass da viel zu tun ist. Und die jetzt noch zu stärken, anstatt die endlich mal, endlich mal so halbwegs zu kontrollieren oder vielleicht sogar abzuwickeln. Das wäre ja die Diskussion, die man eigentlich führen müsste. Und zum Zweiten muss man sich ja die Frage stellen, wo soll denn die Notwendigkeit herkommen? Wie gesagt, wir haben ja schon Trojaner-Einsatz beim Bundeskriminalamt. Also wenn irgendjemand dran ist an Terrorismus im weitesten Sinne, dann muss er eben das Bundeskriminalamt einschalten. Entweder muss man Strafverfahren einleiten, dann kann man Trojanisieren. Oder man kann es auch präventiv polizeilich, also sobald irgendwie Anschlagspläne im Raum stehen, kann das Bundeskriminalamt auch zur Gefahrenabwehr Trojaner einsetzen. Mit anderen Worten, die Verfassungsschutzbehörden müssen endlich mal aufhören, auf ihren Infos zu sitzen. Wie so kleine Kinder und die eifersüchtig zu bebrüten und nicht rauszugeben an die Behörden, die eigentlich zuständig wären, sondern die müssen endlich mal zu einer vernünftigen Kooperation kommen und nicht auf diesen Fällen hocken. Und dann bräuchte man auch keine Trojaner. Also das Problem ist nicht etwa, dass keine Trojaner eingesetzt werden können. Das Problem ist, dass die Verfassungsschutzbehörden auf den Daten sitzen und einfach sagen, sie können die nicht weitergeben, weil sie natürlich die Trojaner haben wollen. Ja, also das ist alles wirklich aus meiner Sicht rechtspolitisch ein einziger Skandal, jetzt noch weitere Behörden mit Trojanern auszustatten, die kein Mensch braucht und dann eben noch Behörden, die niemand kontrolliert. Denn, das muss man immer sehen, was ist das dahinterstehende technische Argument, wenn du so ein System gehackt hast. Dann kannst du ja nicht nur daraus Daten lesen, sondern du kannst ja auch technisch jedenfalls auf dieses System Daten aufspielen. Und was ist quasi Wesenskern von Geheimdiensten, ist Manipulation. Das heißt also, wer verhindert eigentlich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einem missliebigen Politiker, der vielleicht sagt, wir wollen eine Verfassungsschutzreform, mal so ein paar Kinderpornos aufs iPhone spielt. Ich kann das nicht beweisen, aber das ist ein total realistisches Szenario. Alleine, dass du dir schon die Option baust, dass das geht, unterminiert dir das Vertrauen. Ja, natürlich. Und natürlich weiß dann irgendwann jeder Parlamentarier, wenn ich mich mit dem BND anliege, da muss ich halt damit rechnen, dass auf meinem Laptop Kinderpornos gefunden werden. Und dann war es das. Dann bin ich mein Mandat los, dann bin ich im Zweifel meine Ehe los. Also das haben wir ja schon in verschiedenen Fällen gesehen. Und mit anderen Worten, wenn man das macht, wenn man Geheimdienste mit Trojanern ausstattet, dann legt man, das ist jetzt mal eine rechtspolitische Würdigung, die Axt an die Demokratie. Denn dann wird wirklich jeder erpressbar. Polizei und Staatsanwaltschaften sind Behörden, die vergleichsweise gut kontrolliert sind, also im Strafverfahren noch viel besser, als wenn es um Prävention geht. Aber das sind Behörden, die sind im Prinzip kontrolliert. Dafür müssen Politiker auch quasi den Kopf hinhalten. Geheimdienste machen, was sie wollen. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen. Nicht in jedem Fall. Aber wenn es darauf ankommt, machen die, was sie wollen. Und wenn die jetzt Trojaner bekommen und damit beliebig IT-Geräte manipulieren können, dann muss man wirklich sagen, gute Nacht. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass da jedenfalls mal die Bundestagsfraktionen aufwachen und sehen, diese Erpressbarkeit kann man auch als Mitglied des Bundestages nicht wollen. Es ist, wie gesagt, ein Gesetzentwurf. Aber abgestimmt zwischen den GroKo-Fraktionen, GroKo-Spitzen, Fraktion weiß ich noch nicht. Also er hat schon so einen gewissen Prozess hinter sich, einen gewissen Weg. Es ist aber noch nicht zu spät, das zu verstoppen. Ich würde sagen, damit läuten wir die Verabschiedung ein. Und wir sagen vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Haben natürlich ein paar Sachen vorbereitet. Es wird ein paar Lagefolgen geben, Special-Folgen. Haben wir ja auch schon angekündigt. Findet ihr dann in eurem Feed. Probiert mal die neue Webseite aus. Falls es jetzt so sein sollte, speziell an die Plus-Hörer und Hörerinnen, dass ihr die neue Folge noch nicht in eurem Feed findet, bitte geht mal zu lagedernationen.org und klickt da auf hier einloggen und loggt euch mal ein. Dann gibt es so einen technischen Prozess, der da im Hintergrund abläuft, der wahrscheinlich dazu führt, dass ihr dann da euren Feed wieder reaktiviert und ihr die Folgen da auch neu drin habt. Das kann technisch unter Umständen sein. Grundsätzlich mal, genau, zur Erläuterung, grundsätzlich mal funktionieren die alten Feeds weiter. Wir haben die weitergeleitet auf die neue Website. Es kann aber sein, dass eure Feeds aus irgendwelchen Gründen doch nicht mehr funktionieren. Dann sollte es helfen, wenn ihr euch einmal einloggt. Das war das, was Philipp gerade erklärt hat. Wenn die Feeds irgendwie haken, ihr seht die neue Folge nicht, dann einmal neu. Einloggen, genau. Also die nächste reguläre Lagefolge gibt es dann irgendwie Ende Juli. Genau. Wenn ihr die Karten-App testen wollt, hier Map-Belarmen mit der OpenStreetMap, Link in den Shownotes oder Mail an apps at kicks-apps.com. Freue ich mich, wenn ihr mittestet, damit das eine schöne App wird. Ist ein klitzkleines Hobbyprojekt von mir. Fließt natürlich nicht viel Zeit rein, aber mir macht es persönlich total viel Spaß. Ich finde die OpenStreetMap super. Aber insofern macht ihr mir persönlich eine Freude. Und wenn ihr uns beiden eine Freude machen wollt, dann klickt euch gerne ein Soli-Abo der Lage der Nation. Jetzt noch viel schöner. Kann man auch verschenken, lagedernation.org. In der Mitte der Seite finden sich die Links. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Genießt die warmen Tage. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aus